Musik 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 Ja, YouTube läuft Das ist das allerwichtigste. Beim Rescreen kommt noch nicht an. Hast du den Rescreen gestartet? Jo, da kommt der Rescreen an. Das heißt, ich mache noch Pädagogin dazu an. Jawoll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das heißt, ich mache noch Pädagogin. 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 Die heutige Ausgabe Paul Brandenburg Live ist nur durch nachfolgenden Sponsor möglich. Er trägt sämtliche Produktionskosten von rund 1200 Euro. Wir sagen herzlich Danke und bitten um freundliche Beachtung. Artgerechte, gesunde Ernährung muss nicht kompliziert sein. Bei Zoo Bedarf Hitzegrad finden Sie alles, um Ihren Liebling vollwertig zu ernähren. Hochwertige Zutaten, ausgewählte Rezepturen und wichtige Nährstoffe, dabei immer voller Geschmack. Nie war es einfacher für Ihren Liebling exzellentes Barf in Bioqualität zu kaufen. Lassen Sie sich von unserer Erfahrung in unserem Online-Shop überzeugen. www.zobedarf-hitzegrad.de Dienstagabend, 20 Uhr 4, Paul Brandenburg Live. Heute präsentiert von Zobedarf Hitzegrad. Hitzegrad, Ihr Barf-Experte. Im Netz auf zobedarf-hitzegrad.de Und dem Thema gescheiterte Konservative. Fehlt der rechte Mut? Rufen Sie jetzt an und diskutieren Sie hier mit meinem Gast und mir live im Studio. Unsere Nummer ist 030 für Berlin, 577 14802. Ob Bildung, Familie, die eigene Nation. Konservative Werte werden von den herrschenden Blockparteien in der Regel verlacht oder heruntergespielt. Der einzige, der noch gilt, ist Gehorsam gegenüber den Autoritäten. Woran liegt das? Wir sind selbst schuld, sagt mein heutiger Gast. Es fehlt uns der Mut und Fehlerkultur. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Kai Hamm Schönbach. Danke, Herr Brandenburg. Herr Schönbach, kennen Sie rund 200.000 Leute recht sicher? Das sind die Mitarbeiter, Soldaten der Bundeswehr. Alle anderen sind da vielleicht nicht so ganz vertraut. Sie sind Vize-Admiral außer Dienst. Sie waren Inspekteur der Bundesmarine und 38 Jahre lang Soldat. Stimmt, das stimmt. Sie waren Artillerieoffizier eines Zerstörers. Sie waren Kommandant einer Fregatte, dann Kommandant eines ganzen Fregattengeschwaders. Sie haben die Marineschule geleitet, wo Offiziere ausgebildet werden für die Marine. Und am Ende waren Sie der Chef der Marine. Und dann mussten Sie sehr plötzlich gehen. Darüber sind Sie auch bekannt geworden. Was ist da passiert? Der ganze Rahmen war die Reise der Fregatte Bayern. Nach 20 Jahren ein erstes deutsches Schiff im Zuge einer neuen Ausrichtung einer Fernostpolitik, die auch in diesem Falle mit einem Marineschiff begleitet werden sollte. Und da musste der Inspekteur oder ein vergleichbarer Admiral regelmäßig an den Orten, an denen das Schiff eben Halt machte, auch Halt machen und dort auch hinreisen. Also bin ich auch unter anderem nach Indien gereist, nachdem ich aber auch schon in Singapolen, in Japan, Südkorea war. Und dort habe ich in einem Think Tank, den ich von früher schon kannte, denn ich habe für drei Think Tanks und tue es heute noch, schreibe ich Analysen und in diesem Think Tank, das war nach einer Zufall, habe ich dann eben entsprechend auch vorgetragen. Dann gab es eine Frage-und-Antwort-Periods, so wie das üblich ist. Das war eine Doppelveranstaltung, dauerte dreieinviertel Stunden. Wir waren uns alle einig, wir kannten uns. Und es war verabredet Chatham House, das heißt also Inhouse, ohne dass es mitgezeichnet würde, sodass wir offen und frei reden könnten. Das war, muss man dazu sagen, ziemlich genau ein Monat, bevor Russland dann die Ukraine angegriffen hat. Das ist richtig, das ist richtig. Tatsächlich habe ich dann eigentlich relativ unspektakulär das eine oder andere gesagt, was ich auch in der Vergangenheit schon gesagt hatte, auch mit dem einen oder anderen Vorgesetzten schon besprochen habe. Habe aber dann etwas gesagt und die beiden Aussagen, die kann ich, mehrere Aussagen gewesen, aber zwei Aussagen, die relevant waren, die dann später auch zu meiner Entlassung geführt haben. Das eine war, und ich bringe jetzt mal die verkürzte Version, das eine hieß, die Krim ist weg und kommt nicht wieder, Punkt. Und das andere war, letztlich verdient Putin Respekt. Wenn man diese, so ist es ja dann auch in diesem verkürzten, geframten Video dann auch dargestellt worden, wenn man das so alleine hinstellt, dann ist das natürlich ein Wahnsinn. Punkt eins, ich wusste nicht, dass es aufgezeichnet wird, aber dahinter verstecke ich mich nicht. Sondern der Punkt ist tatsächlich der gewesen, hätte ich gewusst, dass das aufgezeichnet wird, hätte ich diese Aussagen einfach kontextualisiert in einem höheren Zusammenhang. Ich habe nämlich nicht der Kai Aachen Schönbach hat sich darüber gefreut, dass die Krim weg ist, sondern lediglich zum Ausdruck gebracht, dass Russland, die russische Föderation, die Krim nicht auf freiwilliger Basis zurückgeben wird. Und das zweite, mit dem Putiners Respekt, das ist eigentlich der Tatsache geschuldet, dass man einfach nur den Nationenvertretern letztlich Respekt zollt. Diesen einen Satz, lassen Sie mich noch sagen, weil das damals Peter Struck, es geht ja immer nur gegen rechts oder linke, Peter Struck, mein ehemaliger Verteidigungsminister, der mich befördert hat zum Fregattenkapitän, hat gesagt, egal wen Sie treffen, auf großes Land, kleines Land, Verbrecher, Nichtverbrecher, wir begegnen allen auf Augenhöhe und mit Respekt. Denn das ist die einzige Möglichkeit, die Tür offen zu halten. In dem Sinne habe ich das gesagt und leider hat man mich dann gechasst. Das Video könnte jedermann bei YouTube nachschlagen. Das Ding ist da ubiquitär. Man sieht auch sofort, offensichtlich wollte man nicht sehen oder nicht zeigen, dass gefilmt wird. Das erkennt man am Winkel schon, dieser ganzen Filmerei. Man erkennt auch sehr schnell, wie das geschnitten ist. Ich erlaube mir mal zu zitieren, was da skandalisiert wird. Sie haben wörtlich gesagt, ist Russland tatsächlich daran interessiert, einen kleinen Streifen ukrainischen Bodens zu bekommen, um ihn in sein Land zu integrieren. Nein, sagten Sie, das sei Unsinn. Ich denke, Putin übt wahrscheinlich Druck auf uns aus, weil er es tun kann. Und er weiß, dass er die EU spaltet. Doch was er wirklich will, ist Respekt. Er will auf Augenhöhe, er will Respekt. Und mein Gott, jemandem Respekt entgegenzubringen, kostet wenig, kostet nichts. Also, wenn man mich fragen würde, was man nicht macht, es ist leicht, ihm den Respekt zu geben, den er tatsächlich fordert und vermutlich verdient. Das war's. Richtig, das war's. Und der Eingangssatz, den Sie gerade gezitiert hatten, dieses kleine Stück, darum gedreht ist sich, das kann man aus der Gesamtdiskussion heraus erfahren, ging es um den Reststück des Donbass, der noch nicht von den Milizen und den Russen erobert war. Und da wurde ich gefragt, glauben Sie, dann sagt er, na für diesen kleines Stück werden Sie auf jeden Fall keinen Krieg anfangen. Implizierend, wenn, dann geht's richtig los, was in der Tat dann auch passiert ist. Und die Frage des Respekt, das habe ich gerade beantwortet. Und, ja, wie gesagt, wenn man es einem negativ unterstellen will, mir ging es nicht um die Person Wladimir Putin, sondern mir ging es in der Tat in diesem Fall. Ich versuche das gerade negativ zu sehen und versuche den Skandal zu erkennen. Jetzt rückblickend, das war einen Monat bevor Russland angriff. Rückblickend würden Sie sagen, sehen Sie sich bestätigt in Ihrer Prognose, in dem, was Sie damals sagten? Also, sowohl das, als auch, was ich eingangs sagte mit der Krim, ich freue mich ja nur, weiß Gott nicht, darüber, dass es so ist. In der Tat kann man sagen, ja, okay, ich fühlte mich bestätigt. Tatsächlich hat sowohl der Herr Bundeskanzler, auch die Frau Mausenministerin, wie auch Macron und andere tatsächlich das ja letztlich getan. Nicht, weil ich es gesagt habe, sondern weil es tatsächlich in deren Portfolio gehört, tatsächlich auf respektvolle Art und Weise von Staatsmann zu Staatsmann oder Staatsfrau zu Staatsfrau miteinander umzugehen. Mehr wollte ich damit so nicht zum Ausdruck bringen. Es ist mir nur einfach anders interpretiert und anders kommentiert worden. Zumal, bei 38 Jahren, ich habe es ja eingangs gesagt, waren Sie Soldat der Bundesmarine. Ich richtig verstehe, als kleiner Luftwaffenhauptgefeiter, der ich bin, ist die wesentliche Aufgabe der Bundesmarine, die Ostsee gegen die Russen zu sichern, wenn man es mal ganz stark vereinfacht. Das haben Sie also hauptberuflich getan und nach 38 Jahren waren Sie plötzlich Putin-Versteher. Also, dass ich Putin-Versteher bin und plötzlich ein Unterstützer, wie ich, das glaube ich war das ARD, aber ich will nichts Falsches sagen, schrieben, ich sei ein Unterstützer der Kriegspolitik Russlands in der Ukraine, was ich mit keinem Wort getan habe, das habe ich erst erfahren aus dem Fernsehen. Denn, was Sie es gerade sagten, ich war Kommandeur der Marineschule und wurde kurz nach meiner Rede, zur Antrittsrede, wenn man das so üblicherweise hält, eingeladen zum ZDF und habe dort gerade bewusst auch nochmal aufmerksam gemacht auf die Bedrohung durch Russland. Das habe ich mir alle Jahre getan. Meine Vorgesetzten, die mich kennen und auch immer noch kennen und damals auch kannten, waren natürlich auch klar, dass das unnäßig Unsinn ist, aber dass es eben andere Zwänge und Drücke gibt, die letzten Endes meine Entfernung aus dem Dienst machten. Das war dann Christine Lambrecht. Die Dame hatte dann das Pech, dass sie Fotos ihres Sohnes in einem Marinehubschrauber oder in einem Militärhubschrauber veröffentlichte. Die waren dummerweise auch den Weg nach Sylt. Sie musste dann auch zügig gehen, weil sie sich sehr unschön verhalten hat. Ich kann mir vorstellen, dass man da ein bisschen grinst. Sie müssen das nicht kommentieren, wenn sowas später passiert. Aber jetzt ganz im Ernst. Sie haben lange Jahre damit zugebracht, ja in einem Apparat, und das ist unser heutiges Thema, der ja nun konservativer nicht sein könnte. Das Prinzip Befehl und Gehorsam und auch Loyalität diesen Staatsstrukturen gegenüber, das ist ihnen ja nicht fremd. Also das ist eher etwas, was ja ihrem naturell entspricht. Ich frage mich nun ganz ernsthaft, wenn ein hoher Militärführer nicht einmal eine solche, ich kenne keine Kritik darin, also eine solche dualistische Betrachtungsweise oder der Versuch, die sich sozusagen von außen anhält, wenn das nicht mehr zulässig ist, wie geht da noch Kritik in einem solchen Apparat? Wir müssen eine Sache trennen. Und ich glaube, da sind wir uns beide auch einig. Das eine ist das Formale. Formal wurde mir ja unterstellt, ich habe dort Politik gemacht. Das habe ich natürlich mitnichten. Über Politik sprechen ist nicht Politik machen. Und die Tatsache, dass das ja eigentlich in-house war, glaubt dann wirklich jemand, jeder redet nur genau so, wie er abwartend auf einer Karte quasi aus dem Leitungsbereich in das Ministerium sprechen darf, das ist natürlich dummes Zeug. Das andere ist die Frage, natürlich können wir offen reden. Da kenne man ja zum Beispiel auf das Thema innere Führung und die Frage, wie man tatsächlich da miteinander umgeht. Ich bin immer noch ein großer Fan der Bundeswehr mit all den Problemen und Fehlern, die sie hat. Also ich würde niemandem dort was Böses unterstellen wollen. Aber in der Tat ist es so, natürlich, wenn Sie gerade sagten, Sie sind ein kleiner Luftwaffenhauptgefreiter, da interessiert mir das nicht übel. Und vor allem nehme ich keine Luftwaffen oder überhaupt Hauptgefreiten zu nahe zu treten. Das interessiert ja letztlich kein Schwein. Sondern es geht natürlich letzten Endes nur da oben, wenn da oben irgendjemand was sagt. Und wir beide wissen, unabhängig davon, dass man glauben könnte, ich würde mich zum Opfer stilisieren, was ich wirklich nicht war. Das ist einfach so. Das ist nun mal so passiert. Letzten Endes, wenn da oben ein Großkopfer da abgeschossen werden kann, dann freut man sich und die Gelegenheit lässt man sich nicht nehmen. Naja, aber das ist ja auch ein Zeichen nach innen. Sie haben gerade das Wort innere Führung mal so fallen lassen. Da wieder für den, der die Bundeswehr nun nicht kennt oder kennen musste. Ich war auch nicht ganz freiwillig da. Ich musste noch. Ich war der letzte Jahrgang. Auf die sogenannte innere Führung bildet sich die Bundeswehr sehr viel ein. Das wird jedem Wehrpflichtigen beigebracht. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen erläutern, was das sein soll. Das können Sie sicherlich sehr gut in wenigen Sätzen. Sie waren Dozent da. Für alle Nicht-Bundeswehr-Affizionale. Was ist innere Führung und was soll das als Unterschied machen zu sonstigen Armeen? Innere Führung lässt sich nicht erfassen in einem Satz. Innere Führung ist babababab und dann ist das damit erklärt. Innere Führung ist ein intellektuelles Konstrukt. Es ist gewachsen aus den unterschiedlichsten Strömen preußischen Militärs. Letzten Endes der Entscheidung und dass man den Zweiten Weltkrieg anders aufarbeitet, dass man moderne Truppen anders führt. Es ist ein Betriebsmodell. Es ist die Frage, wie man Soldaten annimmt, was man sie mitnimmt, dass man sie als Bürger in Uniform wahrnimmt. Dass man ihnen, ich sage das jetzt mal ganz platt, auch bereit ist, wenn es nicht zwingend nicht möglich ist, da mal auch einen Befehl zu erklären. Also die Art des Mitnehmens und des Annehmens als Bürger, der nicht einfach nur in eine Uniform gesteckt wird und in Befehlungen gehorsam. Also es ist ein großes Konstrukt einer modernen Menschenführung, die sie in anderen Armeen so nicht finden. Ein Satz dazu noch. Sehr häufig wird gesagt, die innere Führung sei ein Verkaufsschlager. Das ist sie mitnichten. Nicht deswegen, weil sie schlecht ist. Sie ist gut, aber sie ist ein sehr typisch deutsches Produkt. Und ich denke, dass viele, das sagen auch andere ältere Offiziere, andere Armeen, eine tolle Sache, lässt sich bei uns aber nicht umsetzen. Aber in Deutschland ist sie sich gut umsetzen. Und ich bin auch weiterhin ein Fan der inneren Führung. Aber sie ist eine Reaktion, insbesondere auf die Lehren des Zweiten Weltkrieges. Und sie sagt ja auch ganz deutlich, korrigieren Sie mich bitte, dass der Soldat nicht berechtigt ist. Und ich will nicht gleich Hannah Arendt zitieren, aber er ist nicht berechtigt, unethische Befehle auszuführen. Er ist auch verpflichtet, sein eigenes Gewissen einzuschalten. Und er darf sich nicht darauf berufen, es wurde mir schließlich befohlen. Das ist ja ein wesentlicher Unterschied zu amerikanischem System beispielsweise. Da ist der Befehl ja mehr oder minder absolut. In Deutschland auf dem Papier gilt, gerade der Offizier oder der Vorgesetzte in irgendeiner Form, der muss sogar selber überlegen, kann ich das verantworten. Das ist schon ein hoher Anspruch. Das ist richtig. Das ist in der Tat, wie Sie sagen, eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg überhaupt. Ich halte es auch für richtig. Das gilt nicht nur für die Bundeswehr, das gilt für alles. Ich muss mich hinterfragen, ich muss meine Befehle, ich muss meine Art zuführen hinterfragen. Ich kann nicht einfach jemanden wie Kanonenfutter behandeln. Das halte ich auch für gut und richtig. Das ist jetzt sehr schwarz-weiß, aber letzten Endes ist das das Konstrukt und das ist auch gut so. Ich will natürlich darauf hinaus, also wenn die Bundeswehr sich das auf die Fahnen schreibt, dass sie sagt, wir wollen den kritischen Offizier, loyal muss er sein, auf jeden Fall, aber er soll auch kritisch sein, dann ist das für mich ein Widerspruch zu dieser Form des Umgangs und es wirkt doch, Sie haben es gerade selber gesagt, es wirkt doch automatisch auch in die Truppe hinein. Ich weiß doch spätestens jetzt als kleiner Leutnant oder als Kapitän, der auf irgendeinem Schiff sitzt, wenn mein Chef, mein Admiral deswegen abgeschossen wird, dann halte ich den Mund. Fast richtig. Mit einem Insistieren, wo ich sage, das ist so nicht, ich weiß natürlich, worauf Sie hinaus wollen. Hier ist ja unterstellt worden, es sei eine offizielle Veranstaltung gewesen durch die Tatsache, dass es öffentlich gemacht wurde. Es war ja nicht öffentlich, sondern es war intern. Es war immer gesagt worden, hättet ihr das im Internen gesagt und da glaubt denn wirklich jemand im BMVG, das habe ich damals dem Generalinspektor nach dem Verklar auch gesagt, glauben Sie denn, dass innerhalb des Ministeriums nicht auch mal offen geredet wird unter Kameraden? Natürlich wird das gemacht. Das ist auch in Ordnung. Mir hat man eben gesagt, pass auf, das war öffentlich, das hättest du wissen müssen, das hatte ich nicht wissen können und deswegen ist es so einer offiziellen Charakter und deswegen musst du jetzt gehen, weil offiziell hätte ich das in der Tat nicht tun müssen. Es hat mich ehrlich gewisse schon ein bisschen, ja, heute nicht mehr so sehr, aber es hat mich schon geschmerzt, das soll nicht jämmerlich klingen, aber es hat mich schon geschmerzt, dass man mir dort Illoyalität und Untreue, ich denke, viele unterstellt hat, viele Offiziere und viele Unteroffiziere-Mannschaften würden das genauso für sich unterschreiben, sie sind loyal, sie sind treu und wenn man mir das dann unterstellt, das fand ich dann schon ein ziemlich starker Pobock. Aber ich habe viel, viel Rückmeldungen bekommen, natürlich nicht offen, das muss auch keiner tun, insofern fühle ich mich auch bestätigt und ich habe am Ende den großen Zappschungsstreich gekriegt für innen und außen eben als das sichtbar, als Ehre, als größte Ehre, die man bekommen kann, also nach dem Motto, hier konnten ich nicht halten, aber du hast offensichtlich nicht alles falsch gemacht. Na gut, also wenn sie das nicht irgendwie angehen würde, ich würde sie nicht glauben, ehrlich gesagt, das ist nach der Zeit natürlich, aber trotzdem, bei allem Drama für sie, da sind sie auch eine politische Figur und das wirkt nach innen hinein. Die Armee ist ein besonderes Ding, das ist keine Behörde wie jede andere, wer da ist, hat eine besondere Form der Nähe zu einem Staat, ich unterstelle da auch eine gewisse Form von Konservativismus, die man da mitbringen muss. Wir haben in dieser Corona-Zeit erlebt, wie die Soldaten, die da Probleme hatten mit diesen Impfbefehlen, auch wenn sie von Fronteinheiten kamen, aus dem KSK, kriegserfahrene Veteranen plötzlich rausgeschmissen wurden, ihnen wurde Illoyalität, Befehlsverweigerung unterhört, das hat die am stärksten gekränkt. Worüber die am meisten angefasst waren, war genau diese Unterstellung. Deswegen gerade an Sie die Frage, wie kann denn das sein? Also wenn diese Menschen mit dieser sehr hohen Bereitschaft, viel anzunehmen und das mitzumachen, eben nicht die leichteste Form auch von kritischer Gegenfrage zu haben, ist das für Sie ein Zeichen für unser Staatsgebilde gerade im Ganzen? Wir erleben ja ähnlichen Umgang eigentlich auch in anderen Bereichen. Klar, insbesondere wenn Sie natürlich auf Corona zu sprechen kommen und die Frage der Impfpflicht, das ist natürlich auch für Sie ein ganz wichtiges Thema. Klar, Ihre jüngste Vergangenheit leidet ja auch darunter. Tatsächlich ist es aber so, und ich habe das, es ist ja nicht übrigens nur bei Corona, es ist ja auch bei anderen Dingen, bestimmte Sachen muss man, also die körperliche Unversehrtheit, muss man Einschränkungen hinnehmen, wenn man Soldat ist. Also wenn ich zum Beispiel ins Auslandseinsatz gehe, muss ich zum Beispiel gegen Gelbfieber geimpft werden und alles Mögliche. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen und wenn du das nicht tust, dann darfst du bestimmte Sachen nicht machen. Also da holen Sie mich nicht ab nach dem Motto, das ist jetzt das Problem. Ich denke, dass mit dem Staat und die Frage, wie wir mit dem einen oder anderen Thema umgehen, da sind wir sicherlich ganz dicht beisammen. Bei den Streitkräften haben wir sicher eine Besonderheit. Also so die Frage jetzt gegen die Soldaten, die tatsächlich dann auch schwer bestraft wurden beziehungsweise sanktioniert, sagen wir es mal so, sanktioniert wurden, weil sie sich haben impfen lassen. Das war Ihre persönliche Entscheidung. mit den Folgen, die sie zu leben haben, mit denen sie zu leben hatten. Ich denke, da bin ich mich selbst noch im Konflikt, weil ich sehe, dass ich auch andere Impfungen und auch andere Traktierungen meines Körpers akzeptieren musste. Aber dafür ist man dann auch Soldat und manchmal muss man auch einfach schlucken. Ja, ich will das gar nicht, gar nicht so sehr auf das Thema Corona wiederkommen. Das war für mich nur ein Beispiel. Aber Sie haben es selber gesagt, wenn man andere Dinge da ablehnt, dann sind die Folgen deutlich milder. Dann kann der da eben nicht hin. Dann gibt es eine Versetzung. Aber es wurde ja im Falle von Corona, wirklich da wurden ja, Sie kennen den Fall, dieses Hauptfeldwebels, der da auch bei Bild war. Dann kann man sagen, wirklich ein Kriegsheld, ohne das pathetisch klingen soll. Aber nur wirklich der Prototyp des Soldaten, der sein Leben riskiert hat, dem wird dann Befehlsverweigerung vorgeworfen. Das ist ja eher abschneidend, zu sagen, also du bist jetzt ein Feigling und das ist er bestimmt nicht. Das hat er bewiesen. Also das ist aus meiner Sicht sehr wohl ein politisches Handeln. Das könnte man auch milder machen. Hätte man auch anders machen können. Und die Frage ist ja für mich und deswegen das unser großes Thema ist ja, wo ist denn dann der Punkt, wo der Soldat mal aufstehen muss für seine Überzeugung? Also ich denke, Sie sind da einfach ein Beispiel dafür. Der Hauptfeldwebel war es vielleicht auch. Ist es denn vom Konservativen, ich unterstelle Ihnen, aber frage direkt, betrachten Sie sich überhaupt als Konservativen? Würden Sie sich so einstufen? Also ich würde sicherlich konservativ, wobei Sie können natürlich, bei das Wort konservativ, können Sie natürlich auch links und grün genauso anwenden. Ich sage, ich bin bürgerlich. Die nächste Frage ist, dass Sie ein Rechter sind. Bürgerlich, da kommen wir gleich zu. Bürgerlich, bürgerlich konservativ bin ich, ja klar, sehe ich mich so, war ich immer. Insbesondere in einer Zeit, als ich in der Schülerunion in Bayern im Jahre des Herrn 1982 Mitglied geworden bin, da war natürlich eine CSU beziehungsweise auch eine CDU geführt unter einem Franz Josef Strauß, der sich ja seinerzeit in der Mitte gesehen hat, was wahrscheinlich heute, na was heißt wahrscheinlich mit Sicherheit natürlich außen, naja außen rechts, aber sicherlich rechts verortet würde. Ich sehe mich immer selbstverständlich als bürgerlich konservativen Menschen, absolut, ja. Würden Sie sich auch als rechts bezeichnen? Nein, ich käme nicht auf die Idee jetzt zu sagen, ich bin ein Rechter. Ich würde mich, wie gesagt, ich würde bei der Frage nach rechts, Mitte, links, ich glaube, das ist mittlerweile zu schwarz-weiß, weil das so aufgeweicht ist, aber ich habe kein Problem damit. Wenn ich mir überlege, das ist selbstverständlich und ich finde es auch legitim, dass jemand sagt, ich bin links, mit all dem, was dahinter an intellektuellen Konstrukten besteht, sage ich, wenn es heute, muss es dann genauso legitim sein, rechts zu sein. Es ist etwas anderes, ob man rechtsradikal und rechtsextrem ist. Oder linksextrem. Oder linksextrem. Also, wenn ich jetzt in diesem Falle sage, und ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Werteunion bin, dann bin ich natürlich aus der Perspektive aller derjenigen, die links von mir sind, möglicherweise auch einigen, der in der CDU sind, bin ich ein Rechter. Würde ich damit hausieren gehen, so voranschreiten? Nein. Bin ich das? Na ja, nach der heutigen Einschätzung, links und rechts, ja, klar, bin ich das offensichtlich. Es ist in anderen Ländern eine vollkommen normale Kategorie. Das ist also right wing in angelsächsischen Ländern völlig in Ordnung. Da würde niemand die Nase rümpfen, sagen, dass das problematisch ist. Anruflich ist es in Deutschland. Rechts ist ein abwertender Begriff und wir sehen in der Medienwelt, wenn rechts verwendet wird, ist das ein Vorwurf und das disqualifiziert denjenigen, der da gemeint ist. Und jetzt sind wir beim Thema. Der entscheidende Punkt ist bei der ganzen Diskussion und das, ich meine, wir sind uns ja nun begegnet, jetzt erst zuletzt in Wetzlar und deswegen bin ich ja wahrscheinlich auch hier. Bei der Rechts-Rechts-Nazi-Veranstaltung der sogenannten Treffens der Schwarmintelligenz von Klaus Kelle, das wird seit acht Jahren findet das statt, wir müssen es kurz erklären. Das ist ein konservatives Familientreffen. Ich wurde da jetzt auch mal eingeladen, habe mir das angeschaut als Publizist, da habe ich sie dann auch sprechen sehen. Und das sind also all die Rechten und auch erschraunlich viele Nichtrechte, die da auftauchen und mitmachen. Und der entscheidende Punkt ist bei dieser ganzen Diskussion um Rechts- oder Rechtsradikale, wie gesagt, bleiben wir mal beim Wort Rechts, genauso wie Links. Der entscheidende Punkt ist, und das war ja auch mein, Sie haben ja gehört, was ich gesagt habe, der Vorwurf an die Konservativen oder die Vorwurfs an die Bürgerlichen, dass wir uns die Definitionshoheit darüber, was Mitte, was Rechts ist, ob ich konservativ oder bürgerlich, uns wegnehmen lassen und in die Hände derer legen, die es schlichtweg gar nicht beurteilen können. Die ist in der Tat, wie Sie gerade sagen, als Diffamierungs-, als Diskreditierungsvokabular nutzen. Und Rechts, was völlig Legitimes ist, das genauso staatstragend ist. Und ich sage mal, um das mal vorwegzunehmen, weil wir gerade von auch links sprachen, ich meine, wir müssen natürlich vorsichtig sein, dass wir in keiner Blaser festhängen. Und mancher Sozialdemokrat, älterer Sozialdemokrat, kann mit uns ja gut diskutieren, weil er auch eine staatstragende, eine staatstragende Auffassung darüber hat, wie dieses Land ursprünglich mal gegründet wurde. Und ich glaube, ich würde niemanden auf die Füße treten, wenn man sagt, wie ein zum Beispiel Helmut Schmidt und es gibt ja auch andere, weniger bekannter Sozialdemokraten, dieses Land mit aufgebaut haben. Niemand würde mal ein Problem damit haben, zu sagen, naja, das ist ein Linker. Und diese uns jetzt genannten Rechten sind genauso staatstragend. Wir dürfen uns die Definition nicht wegnehmen lassen. Und das ist der Vorwurf an die konservativen Bürgerlichen, dass wir immer wegkuschen und wegducken, wenn uns hier mit rechts irgendeiner was versucht, um die Ohren zu hauen. Zu dieser Begriffsüberlappung hat auch ein Zuschauer angerufen vor der Sendung, das scheint mir jetzt sehr gut zu passen, und hat genau letztlich darauf hingewiesen, dass diese Begriffe ja verwirrend sein können. Hören wir uns mal Sandro an. Sandro aus Schwerin. Der hat nämlich eine besondere Einschätzung zum Begriff konservativ und was der auch bedeuten kann. Sandro aus Schwerin. Sandro aus Schwerin. Mit der Abschaffung unserer Demokratie und der schleichenden Refeudalisierung erleben wir doch gerade Konservatismus in Reinkultur. Mit der Einführung eines Feudalsystems nach Vorbild des Mittelalters durch eine elitäre Minderheit zeigt sich ein Konservatismus, der uns als Boca-Hepa-Lifestyle verkauft wird. Tatsächlich, so scheint es mir, ist der Verfall des seit Ende des Zweiten Weltkriegs gelebten positiven Wertekonservatismus der vorsätzlichen Zerstörung preisgegeben. Auf die Jugend, die mittlerweile nahezu komplett indoktriniert ist, scheint mir, können wir uns nicht verlassen. Müssen wir Alten wieder einmal die Kohlen aus dem Feuer holen? Und ist das überhaupt noch möglich? Das war jetzt viel auf einmal. Ich hatte auch das Gefühl, das hat Sandro sich vielleicht aufgeschrieben und ein bisschen verdichtet. Aber ich finde, er hat ja einen Punkt. Also ich stimme zu, das, was wir da an Woko Haram erleben, also diese Gehorsamsforderung, die ja kommt von der Ring, das wäre ja etwas eigentlich Urkonservatives. Das haben früher die Linken den Rechten unterstellt, den Konservativen, die gehorsamen Mitläufer. Und gleichzeitig beklagt Sandro aber die eigentlichen konservativen Werte, die er wohl so sieht, die gingen darunter verloren. Teilen Sie diese Einschätzung, dass da was auseinanderfällt? Also wenn ihr von dem, so wie ich ihn verstanden habe, die konservativen, wertkonservativen Elemente, die auch letzten Endes diese Republik oder dieses Land nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat. Was sind das für Werte? Naja gut, es ist nicht nur Pünktlichkeit und Sauberkeit und Ordnung, keine Frage. Aber es ist eben auch das, was wir heute, man kann es ja praktisch als Spiegel sehen, die Frage, wie man mit Recht und Gesetz umgeht. Negativ ausgedrückt wird uns immer gesagt, das heißt Law and Order. Tatsächlich wollen wir auch Rechts und Ordnung haben. Wir wollen die Frage, dass wir ein wirkliches, gutes Wirtschaften haben. Wir wollen die Frage haben, wie wir die Frage gelöst und beantwortet haben, wie gehen wir mit, zum Beispiel mit straffälligen Ausfländern um. Mit Menschen, die in unser Land herkommen und sie letzten Endes sich nicht an Regeln halten. Bei der Frage, bei der Bildung. Wenn wir unsere Jugend tatsächlich bilden wollen und da sage ich jetzt mal kurzes Klammer auf, ich bin vielleicht nicht unbedingt der große Fan von Richard David Precht, aber er hat mal ein wunderbares Referat gehalten über Bildung versus Wissen, was vermittelt werden muss in der Schule. Ich denke, viele, viele diese Elemente, die dazu dienen, dass dieser Staat, diese Nation, diese Gemeinschaft auch noch erhalten bleibt und einen positiven Effekt in die Welt und insbesondere nach Europa geht, diese Werte gehen jetzt gerade verlöten vor unseren Augen. Die dann nur, ich will jetzt nicht nur solche Leute zitieren, aber muss man schon sagen, der sagt, es sei erschreckend, wie vor unseren Augen unser Land verwahrlost. Ich kann ihm nur recht geben. Gut, das sind bewiesene, belegte Zahlen. Wir wissen, dass unsere Schulen im OECD-Ranking im freien Fall sind. Wir wissen, dass wir eine historische Abwanderung der deutschen Industrie ins Ausland haben, dass die Investitionssummen auf historisch niedrigem Niveau sind. Das kann man immer so fortsetzen. Wir haben historische Raten von Insolvenzen. Das sind alles Tatsachen. Was ich interessant finde, gerade an diesem Einwurf, das ist ja tatsächlich, ist etwas dran. Konservativ verhält sich aus einer gewissen Weise aus meiner Sicht diese Regierung gerade auch. Ich würde sogar so weit gehen, sagen, die Grünen sind da eigentlich, die neuen Braunen, die neuen Staatsautoritären, kann man sagen. Die sind sicherlich nicht rechts und haben nicht diese Werte, die sie gerade nannten. Aber in der Form von Konservativismus ist das ja auch. Ich bin natürlich auf den Begriff hinaus. Ist es da nicht sauberer zu sagen, dass sie da rechte Politik vertreten? Das ist eine andere Frage. Ich habe, wenn Sie sich erinnern, ich habe eingangs gesagt, Konservativismus muss sich ja nicht an rechts koppelt. Das kann ja an links oder an grünen genauso gekoppelt sein. Das erleben wir in der Tat so. Wenn wir das so, wie Sandro jetzt aus Schwerin das eben tatsächlich so verstanden haben möchte, kann man natürlich sagen, ja, die sind konservativ. Ja, sie sind staatswürdig. Ich gehe aber mal von so weit, dass man sagt, in dem Moment, da man eine Fleischtöpfende ist, die man natürlich nicht wieder aufgeben will, will man jetzt natürlich auch dafür sorgen, dass es in Zukunft so bleibt. Und der in den 70er Jahren proklamierte Marsch durch die Instanzen ist ja gelungen. Der war eigentlich 98 schon gelungen. Und jetzt kommen die Kinder oder Enkelkinder, diejenigen. Und tatsächlich ist ja in vielen Bereichen unseres Landes, und er hat es ja gerade eben auch gesagt, und Sie haben es jetzt gerade auch noch mal erwähnt, in welchen Bereichen überall dort quasi links denken, obwohl die Frage, ob das immer nur links ist. Ist das links? Sind die Grünen aus Ihrer Sicht links? Also mir fällt es manchmal, zumindest den Satz will ich noch beenden. Also die Frage ist, ob das immer tatsächlich dann in der Fahrt wirklich links ist. und tatsächlich dann auch als Ergebnis eines ökosozialistischen Experimentes nun wir heute erleben müssen, was das passiert. Punkt. Ich denke, manche Sachen, die dort geschehen hat, das hat mit links weniger was mit zu tun. Es geht um autoritär. Es geht um die Frage, etwas durchzusetzen. Zunächst einmal kann man das Parteien nicht vorwerfen. Das ist nun mal die Idee, die ganze Idee einer Parteien-Schaffung. Sie sollen nun mal zur politischen Meinungsbildung dienen und mitwirken. Und sie sollen natürlich auch ihre Ziele durchsetzen. Aber es ist weniger links. Es ist wirklich autoritär. Und es hält sich ja praktisch an keinen roten Faden von linker klassischer Politik. Die Frage, wie heute, ich muss es ja fast sagen, ich traue mich das gar nicht zu sagen, Polizisten in den grünen Rängen darum hantieren und sprechen. Cem Özdemir in Leutlandsuniform. Das halte ich sogar noch für gut, damit er auch mal eine Einsicht in sowas bekommt. Manche haben ja wirklich erstmalig Einsichten, wenn sie die Chance haben, an die Bundeswehr reinzuschauen. Anton Hofreiter bedauert heutzutage seine Kriegsdienstverweigerung nach Würde jetzt zur Bundeswehr gehen. Also es ist in diesem Falle nicht links, sondern es ist eine neue, eine ganz andere, neue Gnomenklatura in diesem Bereich, die mit einem klassischen Linkenszenario wie Trittin oder ähnlichen, die ja mächtige Ikonen des Grüns die aber auch sicher links gesehen haben. Das hat ihnen überhaupt nichts mehr mitzutun. Und deswegen denke ich, es ist hier im Wesentlichen das Autoritäre und ja, das andere zu beugen und jetzt bitte das auch bitte durchzusetzen, was jetzt geschehen ist. Ich würde zustimmen und du hast ja auch schon seit langer Zeit, ich erkenne auch an den Grünen nichts Linkes, dass das eine Form von Ökosozialismus ist, also Ökoautoritarismus könnte man sagen, ja. Auch die Linken, die sich ja, wenn man die Linkspartei Linken oder die die Marxisten befragt, bestehen darauf, dass Linksumverteilung ist zur Mitte hin, zum Arbeiter hin. Das Gegenteil findet statt in den letzten Jahren nachweislich, wenn man immer weiteres Auseinanderklaffen von Großkonzernen und immer stärkere Verarmungen der Massen. Also Links ist daran objektiv nichts. Die Frage jetzt für mich ist, was kann denn dann konservative Politik dem entgegensetzen? Wenn Sie sagen, konservatives Bildung, konservatives Familie, konservativ war früher auch Glauben, Christentum, Sie sind bekennender Katholik, Sie sagen von sich sogar in diesem Video auch, Sie sind ein überzeugter, starker Katholik, die Katholiken sind im freien Fall, was die Mitgliederzahl angeht. Also wenn Sie, wenn wir jetzt nochmal bei dem Wort bleiben, konservativ, weil es ja offensichtlich überall anwendbar ist, bleiben wir mal bürgerlich, konservativ zumindest diese Kombination, damit auf jeden Fall klar ist, auf welcher Seite. Na gut, dass es nicht links ist, es ist deutlich. Es sind in der Tat das, was Sie gerade eben genannt haben, sei es Wirtschaft, sei es Bildung, es ist Ordnungspolitik, es ist die Frage, wie der Staat in seiner Verfasstheit tatsächlich dann sich tagtäglich ausdrückt, wie wir den Staat erleben, wie wir unsere Gemeinschaft erleben. Das ist ja genau das, wo ich, bei dem ich den Vorwurf an den konservativ-bürgerlich-konservativen Rechten von mir aus richte, dass wir hier wegducken, dass wir uns von den hysterischen Schreiern, von denjenigen, die mit der Nazikeule jahrelang geschwungen haben, dass wir uns wegducken, weil man das als unangenehm empfindet. Ich habe in Wetzlar eine ganz tolle junge Frau gehört, Sie haben sie auch gehört, Frau Stockmann, ich denke, das darf man sicherlich hier erwähnen, die nochmal über die Frage der Kommunikation auf den jeweiligen politischen Seiten gesprochen. Auf der linken Seite aggressiv, aktivistisch, laut schreit. Auf der rechten Seite oder auf der konservativ-bürgerlichen Seite sind wir eher, wir sind Konziliant, wir wollen Brücken bauen, wir wollen auf jeden Fall in dieser Art und Weise nicht auftreten. Was passiert? Wir kehren uns ins Innerliche. Der Konservative geht eben nicht auf die Straße und haut, was weiß ich, irgendeinen Stein in irgendein Fenster. Das wollen wir auch nicht. Das muss man auch nicht gleich tun. Das muss man nicht tun. Es gibt ja etwas zwischen Steine schmeißen. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass es eben auf der linken Seite sehr viel lauter ist und manche und das kennt ja schon in der Schule an. Wenn ich lebe als ehemaliger Vater, dessen Kinder, Vater bin ich immer noch, aber dessen Kinder in der Schule war, habe ich erlebt, wie Projekte durchgezogen wurden von eben vermeintlichen linken, mit linken Projekten. Hingegen ist es, als wenn es darum ging, wir wollen aber jetzt tatsächlich hier Leistung sehen. Wir wollen einen Lehrer, der hier die Leistung und der auch zusieht, dass das Curriculum durchbringt. Da steht man dann plötzlich als ja Altvorderner und Altbaksch. Ich will es nicht so läppisch machen, es soll nicht so klein sein, aber letzten Endes fängt es dort an und endet dann oben, wenn wir nichts sagen. Aber woran liegt das? Das ist ja gerade Kern der Frage. Fällt den Bürgerlichen, fällt den Rechten da ihr Gehorsam auf die Füße, die Staatsgläubigkeit? Ich habe tatsächlich, da gab es auch kein Geheimnis draus, wo Sie schon Frau Stockmann enttarnt haben, das ist natürlich hoch verboten gewesen. Nein, es gab, sie ist da auf dem Fernseher mit aufgetreten. Es gibt ja, ich hatte tatsächlich selbst mal den Vorwurf gehört, aus dem bürgerlichen Lagern, aus dem konservativen Lagern, naja, für bürgerlichen Protest ist das zu scharf formuliert. Man darf als bürgerlicher nicht zum Protest aufrufen. Ich habe klar dazu aufgerufen, diese Ausgangssperren zu ignorieren. Das ist das Rechtsbrüch, das ist verfassungsbrüchig. Ich habe ja von der Bundeswehr angefangen, aus meiner Sicht besteht eine Pflicht, gegen offenkundig rechtswidrige Dinge auch anzudrehen. Friedlich und ruhig und gesittet, zivilisiert, nicht brutal. Aber das haben die Bürgerlichen vollkommen weggelassen. Ist das ein Defizit? Ja, das ist das Defizit. Das ist das, was ich meinte, als ich das in Wetzlar und jetzt auch hier nochmal sage. Also mehr Ungehorsam, sagt der Admiral. Es ist der, der zivile Ungehorsam ist uns ja nun allen in die Wiege gelegt. Das ist ja auch das Prinzip der Demokratie. Wir haben die Pflicht, unsere, die Demokratie, die Republik sieht es ja als eine Pflicht an, dass wir unsere gewählten Vertreter und auch andere hinterfragen, auch sie kritisieren. Es kann ja nicht sein, dass wir sie deswegen nicht mehr kritisieren dürfen, in dem Moment, da sie tatsächlich in Amt und Würden gebracht werden. Das gilt übrigens auch für mich und seinerzeit für mich. Und so ist es ja auch geschehen. Nein, ich denke tatsächlich, den bürgerlich-konservativen fehlt, fehlt dieser Anreiz, dieses, ich gehe jetzt mal auf die Straße. Das Demonstrationsrecht gehört uns allen. Die Straße, wenn Sie so wollen, gehört uns auch allen. Aber wenn Konservative, bis Konservative wirklich mit einem lauten Ruf auf die Straße gehen, da muss viel passieren. Das ist die große Gefahr. Es würde ja schon reichen, einfach nicht zu weichen. Es gibt ja, passiver Widerstand ist ja etwas sehr Mächtiges, wenn man schlechtweg nicht gehorcht und sagt, zieh die Maske an und ich sage, nein, dann ist das auch eine Form von Widerstand. Da muss ich nicht handgreiflich werden und muss auch nicht irgendeiner Person brüllen oder ähnliches. Also, das fehlt Deutschland noch heute, oder? Es fehlt konservativer Widerstand, es fehlt bürgerliches Auftreten, die Bereitschaft auch, sich dann mit dem Staat in Konflikt zu begeben. Da ist der Gehorsam funktioniert. Wenn wir die 50er, 60er Jahre sehen, die natürlich in der Rückschau von insbesondere Linken gesehen werden als eine Staat, der natürlich unter dem Deckmantel oder ziemlich mal dem langen Schatten des Nationalsozialismus lange brodelte und dann kam es mit den 70er und Ende der 60er, 70er mit der sogenannten Studentenrevolte, da hat irgendwo aufgehört, vielleicht sogar in den 80ern das aufgehört, das bürgerlich-konservative Lager zum Beispiel aufzubegehren gegen die Veränderung, die, zunächst einmal Reform und Veränderung ist ja auch okay, man kann ja auch mal Experimente machen, aber man muss nicht alles durchgehen lassen und die Frage ist dann, an welchem Punkt hat die bürgerlich-konservative versagt, dann nicht mehr aufzustehen und zu sagen, ich bleibe, ich stelle mich jetzt hier hin, ich weiche nicht zurück. Gab es die denn aus Ihrer Sicht? Also, ich neige der These zu, dass das kein Bürgertum war. Es fehlte Selbstbewusstsein. Der Bürger ist einer, der nicht gehorcht sich unterwirft wie ein Untertan, sondern der aus Vernunft entscheidet, jawohl, ich befolge die Gesetze, das gehört sich, das ist notwendig für ein Zusammenleben, aber ein Bürger unterwirft sich ja nicht. Er hat einen gewissen Grundstolz und sagt, ich mache hier nicht alles, nur weil es befohlen wird. Kann man, ich neige zu der Ansicht, dass das vielleicht eine Kontinuität von Untertanentum war. Bürger in den Angelsächsischen Ländern verhalten sich da ganz anders. Diese Form von Gehorcht gibt es ja nicht. Oder die Schweizer. Erzählen Sie mal einem Schweizer Bürger, dass er sich zu unterwerfen hat, da fliegen Sie raus. Ja, ich denke, also gut, ich meine, wir beide sitzen hier nicht als gesellschaftspolitische Wissenschaftler, die tatsächlich dann in diesem Fall mit irgendwelchen Studien aufwarten. Letzten Endes geht es darum, was ist unser persönliches Empfinden? Wie nehmen wir es wahr? Gerne, ja, und das ist ja übrigens auch der Vorwurf, der in den 60er, 70er gemacht wurde, die Stützeständen, dass man gesagt hat, ihr verhaltet euch ja genau noch genauso, quasi nur jetzt in einem anderen verfassten System, in einem anderen Rahmen, genauso wie ihr es vorher schon getan habt. Ihr macht den Mund nicht auf. Tatsächlich war aber dieses Bürgertum dasjenige, das diese Republik im Wesentlichen mit aufgebaut hat. Übrigens von beiden Seiten, sowohl christdemokratisch als auch sozialdemokratisch, auch in Teilen die Liberalen. Und dann muss offensichtlich irgendetwas, das haben wir beide nicht erlebt, muss offensichtlich in dem Moment, da dieses Bürgertum hätte mit einem eigenen Selbstbewusstsein, einer doch erfolgreichen Nachkriegsgeschichte, jetzt aufstehen müssen und sagen, hier und nicht weiter. Jetzt nehmen wir unser eigenes Schicksal in die Hand, dass es nicht geschehen und deswegen erleiden wir das heute, was wir heute erleben. Sie sagten ja selbst, und das war für mich auch ein wesentlicher Grund zu sagen, mit Ihnen will ich drüber reden, Sie sagten dann selbst auch in Wetzlar, und das passiert nicht alle Tage, dass da ein hoher Militär steht, ich hätte mal früher den Mund aufmachen müssen. Das ist eine Selbstkritik, die ist wahnsinnig selten, vor allem in Deutschland. Da ist es dann üblich, wenn man dann alt und pensioniert ist und sowieso nichts mehr machen kann, da sind Sie deutlich zu jung für, dass dann so ganz vorsichtige Kritik kommt. Alle Achtung, wann hätte man denn den Mund aufmachen können, mal ganz allgemein gefragt, wo ist denn der Punkt, wo ein Karriereoffizier mal sagen muss, Also diese Äußerung seinerzeit bezog sich ja tatsächlich dann auf das, was wir jetzt hier gerade diskutieren, das gesellschaftliche. In der Frage, wenn es ums Militärische geht, das geht es ja sehr viel, das muss man zumindest erklären, damit man es versteht, es passiert natürlich vieles in-house. Da wird auch diskutiert, da wird auch kräftig diskutiert, da wird auch mal geklagt, und da wird immer gesagt, das finde ich nicht in Ordnung. Die Frage ist, inwieweit kann man praktisch nach außen treten, das haben Sie ja nun an mir gesehen, es hat in der Vergangenheit das ja auch gegeben, in den 60er Jahren hat es durchaus den einen oder anderen höheren Offizier gegeben, der da insbesondere mit Blick auf das Bürgerliche, sicherlich auch noch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges, da gesagt hat, hier dürfen wir bestimmte Sachen, Veränderungen, die ja auch im Punkto Bildung der Soldaten, Führung von Soldaten, Frage, wie wird das ein oder andere umgesetzt im Militärischen, den Mund aufgemacht haben, und dann sind sie dann im Zweifelsfall gegangen, obgleich man vieles umgesetzt hat. Ja, wann hätte ich, hätte hätte Fahrradkette, wie es immer so schön heißt, ja, vielleicht hätte ich so früher schon was sagen können, und müssen, mir würde jetzt sagen, mal auf der schnell, auf der besondere Zeitpunkt nicht einfallen, aber beim Punkto Bildung, da, also im Punkto Bildung und Ausbildung, da waren wir uns einig, mit einer bestimmten Gruppe, dass wir hier einfach auch mal nach vorne und nach außen treten, nicht um Druck zu machen, sondern aufmerksam zu machen, hier geht es ja nicht um Revoltieren oder um irgendwas, das steht dem Soldaten auch nicht zu, aber in irgendeiner, auf einer geeigneten Weise, Art und Form, das zu tun, wäre sicherlich möglich gewesen, habe ich verpasst. Am Ende muss man ja aber doch konfliktbereit sein, nehmen wir das Beispiel, dieses Polizei, ich glaube, es gibt, glaube ich, mehrere Polizeipräsidenten in Baden-Württemberg, das ist da verteilt, da gibt es den Titel, glaube ich, sechsmal, einer hat ja damals, das ging auch durch die Presse in Stuttgart, gesagt, nein, er knüppelt da nicht auf Querdenker-Demonstranten ein, das war eine friedliche Situation, da macht man das nicht, der Mann wurde dann auch gegangen, das war auch die sanftmöglichste Form von Widerstand, er hat sich schlichtweg geweigert, Gewalt auszuüben, weil es nicht nötig war, also ich würde sagen, wir haben ganz klar ein Defizit von Menschen, die sich verweigern in diesen bürgerlichen Änderungen und wenn wir das Bürgertum bejahen, ich unterstelle Ihnen, das tun Sie, dann müssen Sie als Militär, dann kommt es auf diese Instanzen an, wir brauchen eine Polizei, wir brauchen aus meiner Sicht auch ein Militär, auch wenn ich mit diesem jetzt ein Problem habe seit einigen Jahren, wir müssen doch dann zu einem Punkt kommen und Sie sind Pädagoge auch noch, Sie sind diplomierter Pädagoge dazu, wie bekommen wir denn den Nachwuchs dazu, dazu widersprechen, wo ist denn das richtige Maß dafür, wie bringen wir es denn bei? Sie, jetzt nehmen wir, wir haben jetzt mit mir jetzt hier jemanden sitzen, ich freue mich ja, wenn Sie mich so sehen, ob das immer für alle so sehen, das ist eine andere Geschichte, insbesondere bei dem Polizeipräsidenten in der Tat in Stuttgart ist es vielleicht ähnlich, es gibt auch noch andere Beispiele, aber wenn wir von ganz unten anfangen und das ist ja das, was ich auch in Wetzlar gesagt habe, wo man meiner Ansicht nach der Konservativbürgerliche versagt, es ist, nehmen wir mal die Schule, fangen wir da mal an, unabhängig davon, dass ich Pädagoge bin, ich bin ja Pädagogin und habe das Militärs gewesen, wenn wir in der Schule gibt es ja auch Lehrer, die nicht einfach nur stumpf links sind. Es gibt ja auch durchaus welche, die einfach, und das sage ich ja übrigens auch. Es gibt auch kluge Linke, dass man Ehrenrettung dazu sagt. Selbstverständlich, und deswegen, ich habe das ja gesagt, also mancher Sozialdemokraten ist mir sehr hoch ehrenwert und für mich auch ein wichtiger Bezugspunkt. Nein, wenn wir in der Schule anfangen, in den Universitäten genauso, wenn wir dort in der Tat immer nur das zulassen, was die einen laut schreien und der Asta mehr oder weniger vorgibt und Professores, wie jetzt in Berlin, ja nur letztes Jahr oder was vor zwei Jahren bestimmte Vorträge von jungen Professorinnen oder angehenden Professorinnen oder Dozenten absagt, weil sie Angst davor haben, weil die ein Tiefer auftritt oder weil irgendjemand auftritt, da fängt es doch schon an. Und wenn ich einen jungen Lehrer, nun bleiben wir mal bei dem Beispiel, einen jungen Lehrer der Projekte, der eben nicht diesen Standard 0815 ewig linken, gleichen Mainstream, roter Warten folgt, sondern einfach sagen, wir machen was anderes. Wir wollen hier Leistung zeigen, wir wollen fördern und fordern. Das heißt es genauso in dem Umgang mit unseren Neubürgern aus muslimischen Ländern, wo man einfach nicht zurückweicht, sondern einfach sagt, wir bleiben jetzt hier mal stehen, weil die bürgerlich-konservative Auffassung diesbezüglich ist so und so und so. Machen, stehen bleiben. Und da müssen Lehrer, müssen die Eltern unterstützen. Aber wir wissen das und ich weiß das, wie viele Eltern dann auch zurückweichen, weil sie schlichtweg Sorge haben, dass sie hier möglicherweise ausgegrenzt werden. Jeder Direktor, den Satz noch, jeder Direktor, der in der Lage gewesen wäre, in der curricularen Entwicklung sich anders aufzustellen, der es aber nicht tut, weil es ihm unangenehm ist oder weil er vielleicht Probleme mit seinem entsprechenden Vorgesetzten, die es natürlich im Kultusministerium in den Ländern jeweils gibt. Das, da sieht man das Versagen des Bürgerlichen, weil sie schlichtweg, ich weiß es nicht, Angst haben, wahrscheinlich ist das. Ich glaube, ja, da liegt es. Ich bin auch, ich hacke da immer ein, bei diesem Links-Bashing jetzt nicht, weil ich das als Moderator meine, meine Pflicht ist, sondern ich sehe tatsächlich da keine linke Agenda. Ich halte diese Mitläufer nicht für links im Kern. Ich sehe auch bei der, bei der kritischen Abteilung viele tatsächlich Linke, dezidiert Linke, die aus diesem Spektrum kommen und sagen, das hat nichts mit den Grünen zu tun, auch nichts mit dieser SPD. Ich halte auch die CDU beispielsweise nicht mehr für konservativ. Das ist also ein autoritärer Block. Und persönlich halte ich die Links-Rechts-Frage da jetzt gar nicht für die entscheidende. Da passt sehr gut dazu, was ein anderer Anrufer vor der Sendung sagt. Und ich möchte Sie, bevor wir uns das anhören, was in dem Fall, was in dem Fall Roman aus Norden, sagte, rufe ich Sie auch dazu auf. Rufen Sie gerne hier an, live im Studio diskutieren Sie mit uns. 030 für Berlin ist die Nummer 577-14802. Stellen Sie Ihre Fragen oder auch Ihre Meinung dazu zu dem, was Herrn Schönbach sagt, gleich hier live vor. Und vorher hören wir uns Roman aus Norden an. Mein Name ist Roman Göbeke. Ich rufe aus Norden an. Für mich ist das biopsychosoziale Modell das Richtige und das Entscheidende, was ja für Gesundheit und lange Lebenserwartung und Lebensqualität steht. Da verbindet eine große Brücke diese Idee mit dem konservativen Lager. Und das, was die Linken darunter verstehen unter Lebensqualität, wirkt doch am Ende eher destruktiv. Das sieht man ja auch an diesen ganzen Trans- und Hype-Themen, an diesen neumodischen Erscheinungen. Das zerstört die Familie, das zerstört den Körper, das zerstört die Psyche und am Ende auch diese Gesellschaften, die unter solchen Dogmen leben. Ja, also für mich ist die Frage nicht, hat die Konservative verloren oder die Linke gewonnen, sondern wir sollten vielleicht eine ganz neue Kategorie überlegen, die für Ärzte und Psychotherapeuten sowieso schon länger zum Standard gehört. Drei Qualitäten, die für uns wichtig sind, um gesund zu leben, gesund alt zu werden und gut miteinander auszukommen. Vielleicht wäre es gut, nicht nur links oder rechts zu gucken, sondern irgendwo danach zu schauen, wo unsere Wurzeln liegen und was uns auf Dauer gesund erhält. Ja, schöne Utopie, aber der Kernpunkt oder der Hinweis darauf, diese Trans-Ideologie, diese Auflösungsbestrebungen, die es ja gibt gegen klassische Familienstrukturen, da stimme ich zu, ich erkenne daran nichts Linkes. Das ist keine linke Agenda, das ist eine irritierende Agenda, die richtet sich gegen konservative Kernwerte, aber das ist ja etwas, was eigentlich im Herzen dieses Problem steht und da gibt es keinen Widerspruch dagegen. Woher kommt das? Einigen wir uns doch, dann wenn wir uns tatsächlich noch, eigentlich ist es interessant, dass wir jetzt darüber nachdenken, was ist überhaupt links? Obwohl wir uns vielleicht bei bürgerlich-konservativ durchaus sehr klar darüber sind. Da wird es immer des Gegendinges. Links ist gut, rechts ist schlecht. Also wir sind ja nicht deswegen das, was wir sind, weil wir uns angrenzen zu den anderen. Vielleicht sind die Linken, ich habe auch, deswegen, so fingen wir ja auch an, es ging ja auch gar nicht ums Linken-Bashing, sondern es geht um das Bashing, das, was wir heute erleben und jetzt gerade eben, was gerade der Herr aus Norden sagt, in der Tat war, und da kommen wir zur Gesellschaftspolitik, das Zerstören von bestimmten Traditionen, das heißt Familie und, und, und. Auch da sage ich nur, der konservativ-bürgerliche Block, wenn es den mal überhaupt gegeben hat, wenn es den überhaupt heute noch gibt, denke ich schlichtweg, die, wir sind, sei es in den Gemeinden, sei es in den kleineren Städten, wo noch vieles einigermaßen funktionierte, wo es noch eine gewisse Sozialkontrolle gibt. Dort wird ja, und wir haben vorher im Eingangsgespräch ja auch schon gesagt, möglicherweise geschieht dort etwas, von dem wir sagen, naja, das ist entweder durch Dilettanz oder durch Inkompetenz vorgetragen. Tatsächlich ist meiner Ansicht nach, wenn es um die Transgender oder wenn es um LBDQI plus und was es denn alles gibt, das ist bewusst gewollt. Es ist hier nicht die Frage, denn dabei könnten wir uns ja, egal ob wir links oder rechts sind, einigen, wenn wir uns im freien Austausch sagen, jeder mag, wie der alte Fritz gesagt hat, nach seiner Fasson selig werden, dann mögt er doch leben, wie er wollt. Aber wenn man den Eindruck gewinnt, das ist das bessere Leben, wenn du nicht, wenn du dagegen bist, dann bist du ein ganz Böser, dann bist du ein Rechter, dann bist du ein Nazi, du musst ausgegrenzt werden. Und das hat im Wesentlichen nicht mit Links zu tun. Das Einzige, was ich den vermeintlich Linken diesbezüglich vorwerfe, dass sie diejenigen sind, die diese Agenda mittragen. Ob das dann im Zweifelsfall gar kein linkes Thema ist. Denn ein linkes Thema ist soziale Gerechtigkeit, was weiß ich, Stärkung der Gewerkschaften, Stärkung der Arbeitnehmerrechte und, 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 was da alles mit dranhängt. Nur das ist der Vorwurf, den ich da mache. Und das haben wir, um das nochmal ganz ein bisschen auf eine höhere Ebene zu packen, wir haben ja, weil Sie vorher so ganz nur nebenher sagten, ja, wir wollen ja nicht auf das Linken bashing. Hier geht es gar nicht um Linken bashing. Es geht darum, letzten Endes, dass wir von wegkommen, von der konservativen Seite immer nur anzunehmen, das sei verschwörerisch oder sei, dass die sind alle inkompetent und die sind dilettantisch. Wirtschaftspolitik oder Wirtschaftspolitik. Ist das eine gezielte Antifamilienpolitik? dass es bewusst so gewollt. Denn wenn ich das, wenn ich das alles höre, das kann doch im Prinzip niemand wollen, normalerweise. Meiner Ansicht nach ist es so etwas, dass ich sage, das ist tatsächlich in diesem Falle bewusst in Kauf genommen. Im Zweifelfall, wir nehmen, also wir Rechten oder Konservativen, wir nehmen das halt so hin, weil wir uns diesbezüglich erneut wieder nicht richtig aufstellen. Es ist bewusst gewollt, wir stellen fest an den Vernichtungen oder an Zerstörungen der Familien oder das Familienmodell in Zweifel zu ziehen. Dabei sind wie viel 62 Prozent, 64 Prozent aller Kinder leben mit ihren originären Väter und Müttern zusammen. Es heißt, die Wirklichkeit... Und ergeblich werden 100 Prozent aller Kinder durch heterosexuellen Rechtsverkehr gezeugt. Ich denke einfach schlichtweg, dass das bewusst gewollt ist, um ein anderes Lebensmodell, ein anderes gesellschaftliches Modell zu wollen. Ja, plausible Annahme, aber dann wieder die Frage und ich lasse Ihnen mit dem Glauben da nicht vom Hacken. Stelle ich mir als Nichtkirchenmensch doch eigentlich vor, dass gerade die katholische Kirche doch eigentlich die Bastion der familiären Preisung sein sollte. Die Familie als staatsfermes Modell, das ist ja auch im Interesse der katholischen Kirche, das ist ja auch eine Machtstruktur. Wie kann es denn sein, dass dann dieses Konstrukt, das ist ja kein Konstrukt, sondern dieses Ding Familie, derartig aufgegeben würde? Und wie erklären Sie sich insbesondere das Verhalten der katholischen Kirche? Die ist ja grüner als die Partei selber und macht ja da letztlich mit, in Deutschland zumindest. Ja, also... Wieso? Also ich denke, eine Sache, die ist nicht ganz, zumindest in meiner Erfahrung und nicht nur in meiner kleinen Kirche, ich bin ja noch Ordenschrist, ich denke, dass es nicht ganz richtig ist zu sagen, die katholische Kirche hat diesbezüglich aufgegeben. Sie ist schwer angeschlagen, sie ist angeschlagen durch die in den letzten Jahren offengelegten Missbrauchsfälle und kämpft eigentlich einen Kampf gegen sich selbst und überhaupt um das, sagen wir mal, das Bild, was sie hat... Aber sie stößt auch ins Horn der grünen Politik. Ja, aber das... Nächstenliebe und Hambacher Forst und man sieht die Priester eigentlich da immer in grün vorne weglaufen. Ja, das gibt es auch, wobei wir ganz ehrlich sein müssen, jetzt brauchen wir nicht die beiden Kirchen gegeneinander auszuspülen. Das nehmen sich nicht. Na, da muss ich aber noch erheblich widersprechen. Also die evangelische Kirche, von denen, obwohl es natürlich da ganz feine Menschen gibt, da hat man manchmal den Eindruck, das ist der religiöse Ableger der grünen Partei. Das würde ich für die katholische Kirche in ihrer Gesamtheit so nicht sehen. in Deutschland ist auch da wieder, das haben wir erlebt, auch bestimmt mit dem synodalen Weg und andere. Wir haben wieder so einen eigenen Weg, das ist eine typisch deutsche Art und Weise, mit Dingen umzugeben. Es geht der deutsche Sonderweg, den gehen wir auch immer wieder da und jedes Mal... Der aber auch im Vatikan nicht sehr gut ankommt. Der nicht so, da haben wir ja natürlich eine auf die Nuss gekriegt, um ganz ehrlich zu sein. Aber da möchte ich jetzt nicht, weil ich hier einfach stumpf die katholische Kirche verteidigen will, aber so weit würde ich in diesem Fall nicht geben. Das ist in den Einzelfällen in der Tat so ist, das ist nicht zu leugnen, ganz auffassen, aber die Amtskirche hat dort noch eine starke Stance, eine starke Position. Muss sie aber auch durchhalten. Aber wie drehen das denn nun um? Also wir sehen, die Mitgliederzahlen der Kirchen gehen runter, das ist kontinuierlich im Fall. Stärker sogar noch bei den Evangelien tatsächlich, bei den Protestanten, die in der Tat, wenn man sich die politischen Aktivitäten anguckt, die finanzieren da auch Schiffe für das Mittelmeer, sie bezeichnen das als Flüchtlingsrettung, andere sagen, das sind Schlepperschiffe, die da bezahlt werden. Wie wird es denn nun umgedreht? Also wenn nicht einmal die katholische Kirche irgendein Herz findet und die Familie hochhält, wie kann es in der Politik geschehen? Das wird ja nun nicht morgen so sein, dass die Leute alle aufstehen und mutig sind. Wie motiviert man denn dann die Konservativen zu diesen Werten zurückzufinden? Also ich lasse die wiederum nicht vom Haken. Also bei der Frage, die Diskussion, dass die katholische Kirche die Familie nicht hochhält, das stimmt einfach schlichtweg nicht. Das tut sie sehr wohl. Sie tut es vielleicht nicht so, wie wir beide uns das vielleicht wünschen würden. Lassen Sie uns zumindest das da so stehen. Bei der Frage der Politik, erneut, ich denke, wir hätten nicht auf die rot-grüne oder jetzt rot-grün-gelbe Regierung warten müssen, um das zu konstatieren. Das war ja eigentlich auch unter der CDU, SPD, also unter den beiden großen Koalitionsparteien ja auch schon so, dass unter Frau Merkel tatsächlich auch das dort schon erodiert ist oder nicht im ausreichenden Maße. Betrachten Sie Frau Merkel als eine konservative Politik? Und deswegen wollte ich auf Ihre Nebenbemerkungen hinkommen, dass Sie die CDU gar nicht mehr als konservative Partei erachten. Ich glaube, dass das spätestens nach dem 2008, 2009, vielleicht mit dem Ende der Lehman Brothers Krise und mit der Aufkommen der Migrationskrise hat diese Partei zumindest in ihren Führungsspitzen aufgegeben, eine konservativ-bürgerliche Partei zu sein. Das ist mein privater, persönlicher Eindruck. Der Großteil der Bevölkerung scheint den zu teilen. In der Tat. Aber ich glaube, ich oute mich jetzt mal, ich bin CDU-Mitglied und bin das auch gerne gewesen. Ich war es während langer Zeit bei der Bundeswehr nicht, weil ich dort nicht in Verdacht geraten wollte, dass ich nur eine Partei begünstigte Karriere gemacht habe. Aber für mich war Friedrich Merz mein Vorsitzender der Herzen, den ich wirklich als einen, und das sah ich lange Zeit noch so, als eine wirkliche Ikone des Konservativismus sah und insbesondere mit der Entscheidung, Dankeschön, Carsten Lindemann zu seinem Generalsekretär zu machen, dachte ich, jetzt ist es zwar spät, aber jetzt kommt die Kurve. Aber trotzdem ist er, ähnlich wie in anderen Bereichen, sind die alle so eingefangen, dass er tatsächlich kaum in der Lage ist, sich diesbezüglich zu bewegen. Jetzt bin ich weit davon entfernt, denn wir reden ja hier um ein Thema auch drumherum und deswegen möchte ich mich frühzeitig diesbezüglich positionieren bei der Frage der AfD. Der Aufstieg, Umfrageergebnisse sind keine Umfrageergebnisse sind keine Wahlergebnisse. Das wäre, das könnte jetzt auch ein Politiker sagen können, der ich nicht bin. Aber tatsächlich muss man warten und abwarten, wie sich das manifestiert. Die Tatsache, dass eine Ampelregierung offensichtlich selbst in den Bürgervoten so schlecht abschneidet und die CDU davon praktisch nicht profitieren kann, muss die CDU doch als bürgerlich-konservative Partei auf den Plan rufen. Betrachten Sie die CDU weiter als bürgerlich-konservative Partei? Nein, nein, das wollte ich, jetzt haben Sie es mir vorweggenommen, nein, ich sehe sie eben nicht. Ich gebe da gerne eine Antwort. Nein, in der Tat sehe ich sie nicht mehr. Und das ist die Frage und das nehme ich jetzt mal, ohne jetzt Werbung zu machen, jetzt mache ich Werbung, für die Werteunion. Tatsächlich, wenn ich mir überlege, dass es innerhalb der CDU durchaus starke Kräfte gibt, wichtige Personen, die sagen, mit den Leuten, jetzt unabhängig davon, ob man sich irgendwelche Leute mit Hans-Georg Maaßen überworfen hat, aber mit den Leuten, diesen sogenannten Konservativen, und wir reden hier nicht von Extremen und Radikalen, also die magst du überall geben, aber... Dann grenzen Sie sich ständig gegen die ab. Was hat Ihnen denn jemand unterstellt, dass das wieder dieser Rechtegriff? Welch? Was gegen... Dass man sich immer betont, man ist nicht radikal. Also ich würde jetzt von einem linken Politiker würde ich jetzt nicht erwarten, dass der plötzlich sagt, ich bin übrigens kein Linksradikaler. Aber der Rechte scheint ja immer das Bedürfnis zu haben, zu erklären, er ist zwar rechts, aber kein Linksradikaler. Also ich habe die Reaktion erlebt, als Hans-Georg Maaßen über die Linksradikalen in der SPD gesprochen hat, und das ist sie mir dann wirklich nicht gut bekommen. Also ganz offensichtlich... Das sind Antifa-Unterstützer. Klar gibt es die. Nancy Faeser zum Beispiel, die schreibt in der Antifa-Zeitung. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es tatsächlich bei der Frage, um die Diskussion, oder sagen wir, die Frage zu beantworten, ist die CDU eine bürgerlich-konservative Partei noch? Wenn sie tatsächlich ihre bürgerlich-konservativen Wähler, teilweise auch Mitglieder, nicht als Vorfeldorganisation oder Teilorganisation haben will, hingegen sie aber eine Klima-Union mit etwas seltsamen Herrschaften, die da auch unterwegs sind, durchaus akzeptiert, dann sieht man, in welche Richtung sie sich bewegt hat. Und wenn Sie den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen sehen, der vor vielen Jahren noch ein Buch beziehungsweise einen interessanten Artikel geschrieben hat über modernen Konservativismus, der ausgezeichnet war, heute den Eindruck vermittelt, also die CDU war noch nie konservativ, dann denke ich einfach, dass die CDU die nächste Brandmauer eingezogen hat. Und dieses dauernde Einziehen von Brandmauern bewegt sie weiter nach links. Was uns dazu führt, was kommt jetzt? Wo sind die Nicht-Repräsentierten? Wo ist die Repräsentationslücke zu schließen? Na ja, die Umfrageabnehmnisse, die noch keine Wahlergebnisse sind, wie Sie selber gesagt haben, eignen nun seit einigen Wochen sehr, sehr deutlich auf die AfD. Ich habe gerade schon gesagt, Sachsen aktuell 39 Prozent. Prognose. Brandenburg sieht ähnlich aus. In Thüringen warten wir es ab. Da will H.G. Maaßen aus ihrer Werteunion haben. Und zufälligerweise, Zufall, Zufall, hat die Werteunion gerade beschlossen, eine CDU-Mitgliedschaft ist nicht mehr Pflicht für eine Werteunionsmitgliedschaft. Das heißt, öffnet sich die Werteunion jetzt zur AfD? Sie sind nicht ganz richtig informiert. In der Tat ist es so, man muss nicht CDU-Mitglied sein, um in der Werteunion zu sein. Das war aber eine ganze Zeit schon so. Da ging es um Kleinigkeiten. Nochmal die Frage, wer kann in einen Vorstand gewählt werden oder wer kann nicht in einen Vorstand gewählt werden, welche Aufgaben, bla, bla, bla. Das ging in der Tat jetzt auch schon. Die Werteunion ist aber, möglicherweise wird gefragt werden, genauso wie andere, kleinere, konservativ-liberale Kräfte wie Bündnis Deutschland und die Basis und die Familienpartei und, und, und. Das ist eine Zersplitterung der klassisch-konservativen Liberalen. Wenn wir jetzt beide uns einig sind und möglicherweise viele der Zuschauer, dass tatsächlich die CDU, CSU tatsächlich keine klassisch-konservativ-bürgerliche Partei mehr ist. Das hatte ich ja in Wetzlar gesagt, vielleicht ist da ein Webfehler drin, nach dem Motto dahin zu streben, wo die Fleischstöpfe sind. Und eine Repräsentationslücke zwischen den, ich sag mal, arithmetisch rechten CDUlern und den linken AfDlern. Das ist dann die Möglichkeit für eine neue politische Kraft. Ich rede jetzt keiner Partei das Wort, weil man dieser weiße Elefant steht natürlich jetzt, wenn ich das gesagt habe, im Raum. Letzten Endes werden wir irgendwann die Frage uns stellen müssen, wenn ich nicht AfD-Mitglied sein will oder nicht AfD wählen will, ich möchte eine klassisch-konservative, sagen wir, eine CDU der 90er und noch der Nullerjahre haben, dann habe ich das nicht mehr. Und dann muss ich das anbieten. Und wenn wir das anbieten, ist das vielleicht die Möglichkeit, tatsächlich sich neu parlamentarisch aufzustellen. Denn ganz ehrlich, nur parlamentarische Repräsentanz schafft Relevanz. Alles andere ist Wurscht. Das muss aber eine neue Partei sein. Das kann nicht die AfD sein, wie sie gerade ist oder eine wie auch immer veränderte AfD. Sie sagen, das müsste ein neues Gebilde sein, weil mit dieser AfD nicht. Oder wie ist das zu verstehen? Also ich denke einfach schlichtweg, wir brauchen keine zweite AfD, wir brauchen eine neue CDU. Was ist der Unterschied? Und entweder, naja, Sie werden doch wohl behaupten wollen, dass es einen Unterschied zwischen CDU und AfD gibt. Aktuell schon, aber wir reden ja von einer neuen CDU. Was ist denn dann? Ich denke einfach schlichtweg, dass die CDU, CSU, die aber auch immer zutiefst meine politische Heimat war und auch gefühlsmäßig natürlich immer ist, weil ich in einem vielleicht naiven Glauben lebe, dass wir doch noch ein bisschen was bewegen können. Und selbst ich in meinem Ortsverband, ich dann immer versuche, jeden davon zu überzeugen, dass wir nicht noch ein grünes Thema unterstützen, sondern uns an den konservativen Werten orientieren. Da sitzen eine ganze Menge Landwirte und andere, die natürlich nichts sagen. Das kommen wir wieder zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, weil die den Mund nicht aufmachen und vorne die Jungen reden lassen, die immer nur von grünen Projekten sprechen. Wenn wir der Auffassung sind, und ich denke, es ist fast vorbei, dass die CDU tatsächlich sich nicht ihrer alten Wurzeln erinnert. Fast. Sie haben noch Hoffnung, dass das passieren könnte? Ich habe noch so ein bisschen Hoffnung, aber natürlich weiß ich, dass ich es nicht wirklich habe. Aber ich versuche zumindest, das hochzuhalten. Wenn wir das nicht schaffen oder sie sich zumindest öffnet, dann wird es irgendeine andere Form von parlamentarischer Kraft geben müssen, um die Menschen, die tatsächlich konservativ-liberale Ordnungspolitik, Wirtschaftspolitik, eine sinnvolle Justizpolitik, eine sinnvolle Gesundheitspolitik und, 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 und haben wollen. Das geht nur mit einer neuen Kraft. Hinter den Kulissen, das weiß man schon lang, da möchte ich Sie jetzt auch gar nicht über Ihre Tätigkeiten hinter den Kulissen interviewen, aber hinter den Kulissen laufen da lange Gespräche. Das ist seit einiger Zeit der Fall. Und nun taucht ja auch diese Wagenknecht-Partei auf. Das ist offiziell zu Wasser gelassen, kann man noch nicht sagen, aber es wurde zumindest angekündigt. Es soll sie dann also geben. Und es gibt natürlich Gespräche über die berühmte Querfront, was da für Möglichkeiten der Kooperation sind. Wie beurteilen Sie das? Auch viele linke Beobachter sind begeistert, sagen, egal was da kommt, das ist ja eine Chance gewissermaßen. Gibt es da gemeinsamen Boden mit diesen Linken, diesen Reformierten und einem möglichen neuen rechten Projekt? Also zunächst einmal bei Frau Wagenknecht, die eine, weiß Gott, hochintelligente, mit einer der begabtesten Politikerin ist, die wir haben. Und ich sage das in diesem Fall über eine Linke. Und ich bin überzeugt davon, dass Frau Wagenknecht von sich behauptet, sie ist eine Linke. Ich denke, in jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Das wird sicherlich für eine mögliche Partei, die sie gründet, wie immer sie denn aussieht und wie sie immer sie denn auch heißen mag, der Fall sein. Das wird das linke Lager nochmal spalten. Da lässt man, sagen wir mal, frühere Zeiten lassen da grüßen. Aber auf die Querfront, also dieses klassische Thema des Hufeisens, also die ganz Linken und die ganz Rechten, mögen sich da in irgendeiner Form vereinigen. Das ist immer der Vorwurf auch in vielen AfDler, insbesondere im Osten gewesen, dass sehr viele ehemalige SEDler, PDS, Linke dann an die AfD gegangen sind. Ja, mag sein. Sie haben mich eingeladen. Ich sage für mich, schließe das aus. Genauso wie ich unterstützt habe, den Antrag bei der Werte Union eine zukünftige Kooperation und Allianz mit Grünen wie auch in einer immer gearteten Zukunft auszuschließen, schließe ich das für mich mit Linken aus. Okay, kategorisch, aber meinen Sie nicht, dass es da gewisse Gemeinsamkeiten gibt? Also wenn man schaut, es gibt ja ein gemeinsames demokratisches Interesse von demokratischen Kräften. Sie haben das vorhin schon gesagt, an einer wertschätzenden Diskussionskultur, dass man sich nicht anbrüllt und den Inhalt erstmal vortragen lässt. Naja, das ist ja im Parlament nicht mehr gegeben. Wenn die AfD da spricht als einzig aktive Oppositionspartei, dann sind die anderen demonstrativ entweder nicht da, brüllen die nieder, unterstelle ihnen irgendetwas und da könnte man ja eine andere Kultur pflegen. Das wäre ja schon eine Form von kollegialem Umgang, wenn es die Gegenseite ist. Wenn Sie das meinen, ja gut, okay, das meine ich. Ich hatte jetzt aber Sie so verstanden, dass es um politische Zusammenarbeit geht. Punktuelle Zusammenarbeit in Projekten wäre das, wenn man sich gegenseitig zuhört. Und das ist auch etwas und ich meine, das hat doch nun Sonnenberg und auch andere Bürgermeister und Landräte, die sich zu Wort gemeldet haben, gesagt, gehen wir mal über diesen Weg, als es dann hieß, wer arbeitet denn mit zusammen? Im Wahlkreis von Ricarda Lang arbeiten die Grünen mit der AfD zusammen, weil sie natürlich letztendlich nur so Dinge auf den Weg kriegen und die duzen sich, wie es hieß. Und Ricarda Lang war ganz schockiert. Und Ricarda Lang kann nicht schockiert gewesen sein, weil sie es mit Sicherheit wusste. Und wenn sie es nicht gewusst hat, frage ich mal, was sich für eine Parteiarbeit in der Basis macht. Deswegen glaube ich das ihr nicht, wenn sie das behauptet. Ich denke, der eine Bürgermeister, der das gut gesagt hat, meine Schlaglöchter haben keine Farben. Also im Sinne von blau, rot, schwarz. Letzten Endes führt das die Art von Zusammenarbeit, die aber auf kommunaler, vielleicht auf Bezirksebene am ehesten noch ist. Aber oben finden die ideologischen Rechtschreitigkeiten statt. Und deswegen Ihre Frage noch einmal. Können dort zusammenarbeiten? Ich denke, die Diskussion, und das ist vielleicht für mich zumindest der sinnhafteste Satz, der ja auch letzten Endes in der Werteunion und auch in Zeilen der CDU gesagt wird, Sacharbeit muss möglich sein, über eine Parteigrenze hinaus. Und wenn ein Thema, und das wissen wir, das ist jetzt keine große Erkenntnis, wenn ein Thema von der AfD nur angefasst wird, also bearbeitet wird, gilt es schon als Ausschlussgrund in der Bundes-CDU. Das kann nicht im Interesse unseres Landes sein. Nicht, weil die AfD nun jetzt dann der Halsbringer ist, sondern weil wir einfach die Sacharbeit brauchen. In einem Land, das so feststeckt, offensichtlich in Bürokratie und in dem Sumpf, brauchen wir einfach jetzt eine übergreifende Zusammenarbeit. Letzter Satz dazu, von diesen ganzen Ismen, Sozialismus, Konservativismus, der einzige Ismus, der mir zumindest noch was bringt, ist Pragmatismus. Und wenn wir pragmatisch den Menschen helfen können, dann ist der richtige Weg überschritten, egal ob das links oder rechts ist. Das würde nun wahrscheinlich jeder für sich in Anspruch nehmen. Da sagen die Grünen halt, die Klimakrise sei das, was am stärksten ist, am Schicksalsentscheidendsten und der schlimmste Feind gerade. Und andere sagen, nein, das ist genau eingebildet und nicht der Fall. Da haben Sie gewisse politische Reflexantworten schon drauf. Das ist ja dann wichtig. Machen Sie mich drauf auf, dann kriegen Sie eine andere Antwort. Das ist ja fair genug. Das gehört ja auch nicht dazu, dass Sie alles offenlegen, was da geplant ist. Aber es spricht für sich. Jetzt haben wir Dennis in der Leitung, der sich, glaube ich, an der Frage zur AfD reibt. Das haben wir ja gerne mal in der Sendung. Dennis, ich freue mich, dass Sie anrufen und Sie wollen wissen, wie hält er es mit der AfD? Sehe ich das richtig? Guten Abend. Hallo Dennis, grüße Sie. Woher rufen Sie an? Ich rufe aus dem schönen Limburg an. Dann grüße nach Limburg. Dennis, Ihre Frage, Ihr Statement für Herrn Schönbach. Ja, Herr Schönbach, ich wollte fragen, was haben Sie denn gegen die AfD? Wieso sind Sie so da gegen die AfD, sage ich mal? Das gebe ich gern weiter mit dem Hinweis, er ist ja in einer anderen Partei. Also es ist eine andere Truppe und da ist man ja automatisch nicht unbedingt so dafür, also als kleine Brücke. Aber was haben Sie mit der AfD? Also nachdem Sie mir ja gerade geziehen haben, ich hätte irgendwelche politischen Reflexe oder typischen Parteipolitiker. Ihnen aber schon die eingeübten Antworten. Nein, 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 nein. Achtung, das bin ich ganz im Gegenteil. Nein, aber ich möchte gerne auf Herrn Dennis da einworten. Habe ich etwas gegen die AfD? Nein, ich habe nichts gegen die AfD. Um jetzt mal einfach solche Persönlichkeiten zu nehmen, genauso wie ich gerade, wie ich denke, zu Recht über Sarah Wagenknecht, den Positiven, zumindest als Person, für mich wahrnehmbar, soweit ich sie kenne, würde ich das für Frau Alles-Weidel ganz genauso sehen. Tatsächlich geht es mir aber darum, dass in manchen Fragen, insbesondere beim Thema sozialen Fragen, bei der Frage, wie mit der Europäischen Union umgegangen wird, und das sind noch einige andere Dinge, die für mich, jenseits einer klassischen Sacharbeit, und das ist ja sicherlich die Frage, die dann auch wiederhin steht, eine praktische Koalition aufzumachen, die sehe ich im Moment nicht. Würde ich das kategorisch für alle Ewigkeiten ausschließen? Nein. Auch die AfD ist in Bewegung. Sie ist ja jetzt schon nicht mehr so, wie vor drei Jahren. Ich denke, dass wenn die AfD sich tatsächlich in einer anderen Art und Weise auch von dem einen oder anderen löst, auch von dem einen oder anderen extremen Politikstil löst, dann ist sie auch in der Zukunft sicherlich anschlussfähig. Das ist meine Vermutung. Das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Insofern ist dieses kategorisch, ich bin nicht gegen die AfD, aber es gibt bestimmte Dinge, die meiner Ansicht nach jetzt das ausschließen. Noch ausschließen. Dennis, eine Antwort, die zumindest mir einer inhaltlich fester erscheint. Was sagen Sie? Ja, bei mir auch so. Es hat sich eben nur am Anfang so angehört, ein bisschen, dass es... Zu AfD-kritisch war. Danke. Dann freue ich mich, dass ich ja gut antworten konnte. Einen konnten wir überzeugen, ja. Danke, Dennis, dann für Ihren Anruf und schöne Grüße nach Limburg. Dirk aus Essen fragt sich, ob wir eine Partei gründen müssen, gründen sollten oder verstehe ich Sie richtig? Dirk in Essen, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ist natürlich wieder ein sehr spannendes Thema. Und ich will dem Herrn... Schönborn war richtig? Schönbach. Schönbach, entschuldigung. Schönborn ist der andere, der andere hohe Beamte, der leiden musste unter der Politik, die momentan herrscht. Vielleicht kennen die Herren sich ja auch, aber das frage ich ihn nach der Sendung. Bitte, Dirk. Wer weiß, ja. Ich glaube, also er ist ja CDU-Mitglied und das ist auch alles schön und gut. Ich glaube nur, dass dieser Ansatz, wir müssen irgendwas gründen, das ist genau der gleiche Geschichte bei der Wagenknechtpartei. Ich glaube, wir haben die Zeit nicht mehr, großartige Sachen zu gründen. Denn so, die ganze Bande ist jetzt seit zwei Jahren an der Macht. Deutschland ist halbtot und das sehen Sie in jedem Bereich. Und wenn wir jetzt noch zwei Jahre warten, um irgendwas zu begründen, das sich dann vielleicht bei der Bundestagswahl auswirkt, dann ist Deutschland ganz tot. Denn ich glaube, dass immer mehr Leute wirklich mit dem Gedanken spielen, also die, die das machen können, die jung sind, die clever sind, die sich wirklich vom Acker machen. Verständlicherweise, wenn ich nicht alt und so wäre, würde ich das auch noch machen. Aber ich habe da einmal die Befürchtung, dass die Regierung irgendwann auch die Idee kommt, keine Renten mehr ins Ausland zu bezahlen, weil die Kassen sind ja eh leer. Wollte gerade sagen, die zahlen eh keine Renten mehr, das sind sie völlig ungesorgt. Ja, ja. Und ich muss da jetzt einfach mal klar sagen, ich glaube, es führt an der AfD oder sich Organisationen wie die Werteunion und, 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 die müssen sich einfach zusammenschließen. Na gut. Weil die Zeit ist zu kurz. Gut, hören wir Herrn Schimbach dazu, aber er hat ja nur zur Verteidigung, er hat ja auch vorhin klar gesagt, es gibt ja keine Notwendigkeit, sondern sie kann sich ja auch ändern. Also das der Fairness halber war es ja kein kategorischer Ausschluss. Aber Dirk aus Essen sagt, Schluss mit der ganzen Neugründerei, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Also rauft euch irgendwie zusammen, uns mal platt zusammenzufassen. Genau. So habe ich es auch verstanden. Ich bleibe trotzdem dabei. Ich bleibe trotzdem dabei, wenn wir uns einig sind, wenn ich mich nochmal selber zitieren darf, wenn wir uns einig sind, dass wir die CDU oder die Union nicht mehr so hinbiegen würden, wie wir uns Konservativ-Liberale das vorstellen. Es ist nicht anzunehmen, auch nicht in diesen zwei Jahren, wie der Herr gerade eben so hat. Wenn wir auf der anderen Seite eine AfD haben, von der ich im Moment glaube, und das würde ich dann auch an den Vorredner nochmal anknüpfen, sage, im Moment ist das dort nicht möglich. Man kann ja trotzdem AfD wählen, das ist ja nun jedem überlassen, wie er es macht. Aber ich denke, dass wenn wir, und Sie haben recht, da können wir jetzt nicht zwei Jahre mit warten, das nützt nichts, drei Wochen vorher, mal abgesehen von den Formalien, wir müssen uns jetzt schnell entscheiden. Wir müssen es meiner Ansicht nach, wenn wir das machen wollen, das sind ja bei der Werteunion und bei den vorher genannten anderen Parteien oder Organisationen, sind es ja Mitgliederentscheidungen. Zu sagen, wir wollen, nächstes Jahr sind drei Landtagswahlen, dann haben wir in 25, 25, haben wir die Bundestagswahl, müssen wir sagen, wollen wir bis dahin eine formierte, eine neue formierte Partei haben, die tatsächlich diese Repräsentationslücke, von der ich vorher sprach, können wir viele Konservative in der CDU abwerben, sie in eine neue konservativ-liberale Partei holen und von der AfD ebenfalls die Frustrierten, die seinerzeit die CDU verlassen haben, auch gedanklich, auch in ihrem wahltaktischen Verhalten und von der AfD wegholen. Ist das möglich? Ja. Ist das notwendig? Ich sage ja. Mich einfach nur, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich kann das natürlich keinem konservativ-liberalen raten, in der AfD, wie sie sich jetzt darstellt, wie sie aktuell noch verfasst ist, sich ausschließlich nur in der AfD zu vertrauen, nur weil sie hohe Wahlergebnisse hat, äh, Umfrageergebnisse hat. Ich denke, die Repräsentationslücke ist zu schließen und sie ist natürlich zügig zu schließen. Wenn wir das nicht wollen, sind wir raus aus dem Spiel. Was ist denn, um mal konkret zu sein, Dirk, ich hoffe, ich spreche da in ihrem Sinne, korrigieren Sie mich, was ist denn an der AfD konkret ein Problem, dass sie sagen, so geht das nicht? Wir hatten gerade die Diskussion, da geht es jetzt um den Tag der Niederlage, Tag der Befreiung, das ist vielleicht ein Stichwort, an dem man was festmachen kann. Frau Weidel hat gesagt, sie feiert das nicht, weil das für sie ein Tag der Niederlage Deutschlands gegen die Alliierten war. Viele andere haben schon gesagt, ich schließe mich da an. Es ist in erster Linie auch ein Tag der Befreiung. Dass das eine Dualität bleibt, ist eine andere Frage. Ist das etwas, wo Sie die Grenze festmachen? Geht es da um nationale Fragen oder was ist es mit der AfD? Also das wäre jetzt zu wenig. Also wenn es jetzt wirklich nur dieser eine Fall wäre, dann bräuchte ich hier nicht zu sitzen, dann könnte ich mich unter dem Tisch verstecken. Nein, das ist auch ein Thema, aber darum geht das nicht. Es ging das, was ich vorher, als ich gefragt wurde, wie ich mich dann zur AfD stelle. Und das ist ja zunächst einmal nur meine persönliche Auffassung. Ich spreche unter relativ vielen, auch innerhalb der Werteunion und der CDU, aber auch interessanterweise Leute, die übrigens aus dem vermeintlichen, wir sprachen vorher über den linken Lager, die ja durchaus liebäugeln mit der Werteunion. Für mich ist die AfD, und das wäre meine Empfehlung an eine Werteunion, oder wer immer sich denn da begründen sollte, als eine neue Partei, in der Sachearbeit zusammenzuarbeiten. Ich will der Frage nicht ausweichen. Ich kann jetzt nicht jedes einzelne Partei aufwarten, sonst machen wir hier zwei Stunden noch. Aber ich denke, dass wir im sozialen Bereich, in der Frage, wie wir innerhalb uns Europas verorten, auch mit den Streitklappen, rein und raus, das ist Unsinn. Nun ist man ja auch zurückgezogen. Der Parteitag hat das ja eindeutig gezeigt, dass offensichtlich dieser Weg war der falsche. Offensichtlich haben da starke Kräfte dann dagegen gewirkt, dass man eben nur sagt, okay, es ist ein Europa der Vaterländer oder andere. Die Frage, wie wir mit der NATO umgehen und die Frage, wie wir mit einigen Ländern umgehen, das ist für mich einfach noch ein Punkt, der meiner Ansicht nach zur jetzigen, aktuellen Verfasstheit der AfD nicht geeignet ist und mit einer liberal-konservativen Partei in eine Koalition zu gehen, in einer Sacharbeit zusammenzuarbeiten. Das sage ich ja jetzt auch schon über die CDU, die das aber ja nur deswegen ablehnt, weil etwas die AfD macht. Wenn ich überlege, dass es im Verteidigungsausschuss und anderen Orten Untersuchungsausschüsse nicht durchgegangen sind, weil die AfD den mehr oder weniger gleichlautenden Antrag gestellt haben und dann wird er nachher angenommen, das ist diese unsinnige Art des Zusammenarbeitens. Also ich erlobe mir zu übersetzen, wenig überraschend werden Sie als alter NATO-Offizier für einen Verbleib in der NATO sein, alles andere wäre jetzt etwas überraschend und die NATO-Kritik, die aus der AfD kommt, die geht Ihnen da zu weit. So verstehe ich das richtig. Bei der Gelegenheit, wie halten Sie es mit der WHO? Mit der WHO? Also ich könnte jetzt einfach irgendein Politiker-Sprech loslassen. Könntest du auch ein. Dafür habe ich, dafür muss ich ganz ehrlich sagen, muss man auch mal sagen, dafür weiß ich darüber zu wenig. Ich weiß insbesondere, wenn es um die Frage ging, weil das ja natürlich jahrelang mein Thema war, Fernost und Fernost- Politik, insbesondere wenn ich sehe, den chinesischen Einfluss in der WHO, das ist etwas, wo praktisch die Gremienarbeit hätte ganz anders laufen müssen. Da sehe ich auch die Bundesrepublik Deutschland, auch unseren Gesundheitsminister, aber auch eben die ordnungspolitischen Kräfte in der Pflicht, die in der WHO sich entsprechend einzubringen, wie meiner Sicht nicht getan wird. Aber da sind Sie der bessere Experte, müssen Sie antworten. Ich bin aber nicht der Gast, der sich selbst interviewt, deswegen geht es hier um Ihre Meinung. Dirk, ich hoffe, Ihnen wurde abgeholfen, beziehungsweise Ihrer Frage wurde abgeholfen und ich danke Ihnen sehr herzlich für den Anruf. Oder haben wir etwas vergessen? Ja, und zwar, das ist immer noch so ein bisschen der Punkt, ich glaube, da ist, nehmen Sie mir das nicht übel, aber da ist so ein bisschen Naivität drin, denn gerade was Sie, also Herr Brandenburg, angesprochen haben, WHO und EU, das muss man ja deutlich unterscheiden. Die AfD sagt ja nicht Europa, sondern die sagt EU, weil wir ganz klar durch die EU und die WHO gegängelt werden sollen. Da ist jetzt dieses Gesetz verabschiedet, da kommt ein Gesetz nach dem anderen und wenn man das nicht zeitnah unterbindet, dann ist Schluss mit lustig. Also Sie sagen, dass wir Sie richtig verstehen, Verzeihung, Sie sagen also raus aus der EU oder? Ja, es geht ja nicht darum, dass wir Europa verlassen, es geht ja nur darum, dass wir diese Gängelungen durch die EU aufhören, denn der entwickelt sich ja immer weiter dazu, dass die EU im Verbund mit WHO und 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 uns Vorschriften macht und was man nicht vergessen sollte, dass sämtliche oder nicht sämtliche, aber viele Mitglieder der gesamten Ampelpartei, einschließlich CDU, Friedrich Merz, dass die alle durch die Schule von dem Herrn Schwab gegangen sind, Young Global Leadership und der Fall, das ist bei der AfD nicht der Fall und ich glaube, dieser Punkt, der wird ganz weit unterschätzt. Gut, aber dann möchte ich zumindest eine Sache sagen, weil Sie gerade sagten, jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Dirk aus Essen. Dirk aus Essen. Sie sagen ja selbst, nicht raus aus Europa, wie sollen wir raus aus Europa? Das ist aber auch letzten Endes eine kommunikative Vermeidungsstrategie. Wir müssten, also die AfD, und das tut sich ja dann auch, sagen offen, wir gehen raus aus der Europäischen Union. Wenn wir rausgehen aus der Europäischen Union, dann wissen wir alle drei, plus all denjenigen, die hier sitzen, wenn wir einigermaßen Vernunft walten lassen, dass das für uns ein Debakel ist. Wir haben dann zwar an einer Front vielleicht möglicherweise, weil Sie jetzt gerade auf die WHO abheben, an dieser Front vielleicht möglicherweise etwas weniger Stress. Dafür haben wir an anderen Dingen Stress und ich denke tatsächlich auch, aus, und das, ich weiß, ich, das ist performativer Widerspruch. Ich widerspreche mir jetzt selbst, wenn ich sage, ich immer höre, wenn einer sagt, den einleitenden Satz, ja, wir sollten vor dem Hintergrund unserer Geschichte, das sollten wir nicht sagen, aber in der Tat, vor dem Hintergrund unserer Geschichte ist ein Herausgehen, also ein Jack-Sit, ein Deutschland-Exit aus der Europäischen Union, ein falscher Weg. Das wäre ein erneuter deutscher Sonderweg, das sollten wir nicht machen. Nennen Sie es naiv, kann ich gut mitleben, wir müssen alles dafür tun, dass wir unsere starke Position, die wir finanziell, die wir wirtschaftlich, die wir ordnungspolitisch haben, die wir auch in gewisser Weise historisch haben, wie wir miteinander umgegangen sind, das müssen wir in die Waagschale werfen, um die Europäische Union zu verändern, aber natürlich nicht mit dieser Ampelkoalition, sondern mit konservativ-liberalen Kräften, die die alte EU wieder auferstehen lassen. Gut, Dirk, man kann sich auch einigen, dass man sich nicht einigt, das ist legal, der eine darf sagen, wir müssen die EU reformieren, der andere darf sagen, wir müssen raus, wenn hier eine dritte Stimme gebraucht wird, ich hätte eine klare Meinung dazu, aber die zählt jetzt nicht, zumindest, denke ich, kann man nachvollziehen, was Herr Schindbach dazu meint, da müssen wir uns drauf einigen. Ja, na klar, wie gesagt, wir können ja vernünftig miteinander reden. Ja, wir versuchen es zumindest. Haben Sie, herzlichen Dank für den Anruf, der nächste Anruf, ich danke Ihnen, der nächste Anruf ist, die stößt ins gleiche Hirn, äh, Hirn, sag ich schon, er stößt auch in die gleiche Hirne, so ist das wohl hier, er stößt vielleicht auch ins gleiche Horn, eventuell. Mirko aus Bayern ruft an und ich nehme mal an, auch auf der Seite pro AfD, schönen guten Abend Mirko. Ja, hallo, servus, grüßt euch miteinander. Ja, was heißt pro AfD, ich meine, jede Partei hat seine Stärken, jede Partei hat seine Schrecken. Aber eins, jeder, der sich vielleicht mal sich die Mühe macht, mal den Bundestagsdebatten anzuschauen, was ist in Deutschland aktuell die wirkliche, wahre Opposition? Wo ist die CDU? Wo ist die CDU, jetzt die Frage auch an ihren Gesprächspartnern, wo ist die CDU in der Opposition? Ja, es ist die einzigste Partei, ist aktuell die AfD und das, egal was auch hinten rauskommt, ja, wird, muss, es muss eine Veränderung geben. Wir wissen das alle, wir fahren mit Volldampf gegen die Wand und wir schauen alle zu und machen Brandmauern hoch und was weiß ich nicht alles, aber es verändert mich an der Geschichte. Ihr Gesprächspartner ist er jetzt auch, nicht nur meiner, wir reden ja hier zu dritt, also Herr Schönbach. Also, veritabler Einwand. Er hat, nein, es ist kein Einwand, er hat Recht. Ich mache mir jetzt mal eine Äußerung von Hans-Georg Maaßen zu Eigen, der sagt, die CDU, also die Union, nicht die CDU, die Union hat aufgehört, eine echte Oppositionspartei zu sein, sondern sie hat sich, ich würde das jetzt, ich zitiere ihn jetzt mal, aber so weit würde ich vielleicht nicht gehen, sie hat sich Teil in dieses ökosozialistische Narrativ begeben und betreibt jetzt innerhalb des Narrativs eine Opposition, versucht dort kleine Richtungskämpfe zu gewinnen. Insofern gebe ich den Herrn aus Bayern recht. Ich habe ja selbst lange Zeit in Bayern gewohnt, super Land, also von daher ist das... Ja, ich bin nicht Bayer, ich bin Hesse, aber ich habe einen Bayern, bin ich zur Schule gegangen, habe ich eine Tour gemacht und meine Frau kennengelernt. Nein, der entscheidende Punkt ist, dass in der Tat diese Art von Opposition, wie wir Opposition wahrnehmen, auch in der Vergangenheit wahrgenommen haben, diese alten großen Diskussionen und Debattenkultur, die wir in den 70ern und 80ern hatten, das gibt es natürlich in der Tat nicht mehr. Mein Punkt, und das ist glaube ich, da kommen wir auch uns beide entgegen oder sehen wir es gleich, ich erwarte von einer Union, meiner Union, erwarte ich, dass das Narrativ, das wir heute haben, überhaupt angegriffen wird. Dass das Narrativ über die Frage, nicht dass es einen menschgemachten Klimawandel, um jetzt mal irgendein Beispiel zu nehmen, ich denke schon, dass wir akzeptieren müssen, dass wir, es gibt einen Klimawandel, ja, sicher. Und dass acht Milliarden Menschen in irgendeiner Form einen Einfluss auch vielleicht auf regionale und vielleicht auch auf das Gesamtklima haben, kann ich nicht beurteilen, ich kann nur glauben, was wir alle nur tun können, alle, die wir hier zuhören. Was haben wir denn in der Lage? Ich habe ein, denke ein bisschen Intellekt, ich habe ein bisschen Erfahrung und ich bin in der Lage, einen Plausibilitätscheck zu machen. Und wenn man mir das, was man mir tagtäglich erzählt, jetzt von grün-roter Seite, dann muss ich sagen, das hört sich nicht plausibel an. Und ich zitiere mal meine Frau, mir müsste ich die ganze Zeit irgendwas machen dagegen, ihr müsst euch auch lernen anzupassen. Anderes Thema, ich will nicht ablenken. Wenn Sie sagen, die AfD ist die einzige Opposition, erwarte ich von der CDU, dass sie rausgeht aus diesem Narrativ, sich aus dieser Falle, aus dieser Geiselhaft rauslöst und dieses gesamte Konstrukt, ob es der Klimawandel ist und die Frage, wie gehen wir damit um, ob es Transgender ist, ob es Ordnungspolitik ist, ist es Wirtschaftspolitik, wie gehen wir mit straffälligen gewordenen Ausländern um, dass das nicht diskutiert wird, wie es aktuell gemacht wird. Denn das tut in der Tat die Einzige, die AfD, das muss man ihr schlichtweg zugestehen. Und das mit der Vehemenz und der, auch ich setze es jetzt mal im positiven Sinne, Aggressivität einer Opposition, die ich von März erwarte, dass das nicht geschieht. Insofern muss man sich von einer Sache lösen und das habe ich vorher mal ganz kurz im Nebensatz erwähnt und das wissen wir, das ist auch keine große neue Erkenntnis. Jedes Mal, wenn irgendein Thema von der AfD, und das ist das eigentlich Schade an der ganzen Geschichte, aufgegriffen wird, scheint sich die CDU in eine Situation sich selbst, einer selbst verschuldeten Unmündigkeit zu geben. Offensichtlich braucht die CDU manchmal selbst nochmal eine Aufklärung. Und ich kenne dort so viele auch gute Abgeordnete, das sind tolle Leute, Männer wie Frauen, die sich aber offensichtlich nicht trauen, daraus zu gehen, weil sie immer den Vorwurf von der linken Seite bekommen, auch von dieser Presse. Ihr macht euch mit den Rechten gemeint, ihr bedient das rechte Klintel. Deswegen ganz am Anfang unserer ersten Satz, wir müssen aufhören, uns diese Definitionshoheit, was wir tun und lassen dürfen, uns nicht von den Linken oder von den Autoritären sagen zu lassen, sondern selber entscheiden. Ich muss nicht, ich brauche keine Ricala Lang, um zu wissen, wie ich zu leben habe. Ich brauche keine Annalena Baerbock. Wie ich so aufzustehen habe, wie ich meine individuelle Mobilität zu machen, das kann ich schon selber beurteilen. Das ist das, was ich mit bürgerlich... Ich würde mit meiner Eingangsfrage sogar weitergehen. Vielleicht wäre es ja ein Weg zu sagen, ich bin rechts. Ja, ist es ja... Wir haben davor schon diskutiert. Das ist ja gar kein Problem. Dann bin ich eben rechts. Das ist auch nichts Schlimmes. Das wollte ich damit andeuten. In der Meinung bin ich ja auch, dass das demokratisch zulässig ist. Aber ja, im Herzen, ich sage danke. Ich hoffe, das hat Ihre Frage ein wenig beantwortet. Und es bleibt das Problem. Der Herr ist nun mal Mitglied der CDU. Und solange er in dem Verein spielt, nehme ich mal an, muss er da ein bisschen Hoffnung noch haben, dass es mit der CDU auch weitergeht. Können wir uns drauf einigen? Haben Sie herzlichen Dank. Ebenfalls aus Bayern ruft... Ich wünsche Ihnen was in schöne Bayern. Es ist ja recht groß. Also zumindest Bayern, das Bundesland ist recht groß. Jetzt ruft Jens an, auch aus Bayern. Und da, glaube ich, ist die Kritik etwas weitgehender, was Parteien angeht. Beschränkt sich nicht auf die CDU. Sehe ich das richtig, Jens? Schönen guten Abend. Servus. Können Sie mich hören? Ja, bestens sogar. Na, sehr gut. Weißt du, also, ich hoffe, ich darf du sagen, Paul, im Kontext zu deinen öffentlichen Mitteilungen, warum sprecht ihr nicht auch darüber, dass die Parteienkartelle vollkommen korrupt sind? Und das eigentliche Problem darin besteht, dass die verbeamteten Dienstträger, Soldaten, Juristen, Parlamentarier nicht das tun, was von Gesetzen wegen ihrer Pflicht wäre, nämlich Recht und Gesetz durchzusetzen. Die Frage ist, ob Parteien, AfD und Co. uns überhaupt weitererven können oder ob die Amtsträger nicht das tun sollten, dass ihre Pflicht in einer solchen Situation ist, wie wir sie jetzt haben. Beispiel Grundgesetz 20, Absatz 4. Das ist meine Frage. Also, das ist das Widerstandsrecht für diejenigen, die das jetzt noch nicht so, den das nicht so geläufig ist. Sie sagten gerade, um da vielleicht eine Annäherung zu finden, Sie sagten gerade selber, die CDU ist an den Fleischtöpfen und will da nicht weg. Das wäre ja die Erklärung für das, was Jens gerade auch sagte. Also, ist es noch, liegt es vielleicht nicht mehr reformierbar, so korrupt, wie es schon ist, das Parteien- System? Muss da die Lösung vielleicht irgendwo von außerhalb leben? Sie sagt schon, ja, außerhalb der Parlamentarier, Opposition, die Macht liegt im Parlamentarismus natürlich, aber ist das überhaupt noch machbar? Ist da was zu retten? Also, den Herrn aus Bayern und möglicherweise isoliere ich mich jetzt nicht nur hier in diesem Gespräch und insgesamt. Lasst uns aufhören mit diesem dramatisierenden Vokabular. Korrupt. Ich weiß natürlich, was gemeint ist. Korruption ist natürlich auch, gibt es in linker und rechter Grenzen. Ich weiß, was gemeint ist, aber ich würde mich persönlich weit davon sehen, das Parlament ist korrupt oder die Parteien sind korrupt. Wenn man Korruption damit meint, und das war ja diese Geschichte mit den Fleischtöpfen, eine Partei muss ein großes Interesse daran haben, Macht auszuüben. Macht ist übrigens nichts Negatives, macht es puristisch, macht es sauber. Und wer Macht hat, hat, wie ich vor allen Dingen gesagt habe, auch Verantwortung. Das heißt, wenn die CDU, CSU, in welcher Konstellation auch immer, dann versuchen kann und hat, Macht auszuüben, dann muss sie das natürlich selbstverständlich tun. Und wenn Sie Herrn Müntefering immer erzählt haben, der gesagt hat, Opposition ist Mist. Das kann man ja den Parteien nicht zum Vorwurf machen. Und übrigens, diese Parteien sind nicht deswegen so, weil dort hingekommen, weil sie sich das irgendwie erschlichen haben, sondern weil Wähler sie so gewählt haben. Die Frage ist ja die, und das ist jetzt hier nach 2024, ich meine, das ist jetzt eine besondere Situation. Ich meine, wir sind jetzt nicht in der Stauffenberg-Situation. Hier geht es meiner Ansicht nach darum, und da kommen wir auch wieder, wird mir wieder gleich der Vorwurf gemacht, der Naivität, und das dauert natürlich auch alles ewig. Wenn wir sehen, wer wird denn in Parteien tatsächlich nach oben gespült? Und ich sehe das ja bei mir selbst im Ortsverband. Ich denke schlichtweg, dass die Parteien werden irgendwann einmal, und jetzt wird sicherlich der Nächste anrufen und sagen, ja, die AfD tut das ja bereits, irgendwann tatsächlich so auf den Pott zu setzen, dass tatsächlich sich eine Veränderung einstellt. Wenn sich die Linke jetzt zersplittert, dadurch, dass Frau Wagenknecht das macht, wenn wir uns jetzt tatsächlich mit einer neuen Partei zu Worte melden, dann wird der Druck groß werden. Aber nehmen Sie doch mal, und da braucht man kein gesellschaftspolitischer Wissenschaftler zu sein, wie sind zum Beispiel die CDU, die Christianer, die Demokratie, der Christianer in Italien, in Spanien, in Griechenland oder der christlich-demokratische Appell in den Niederlanden, mehr oder weniger von der Bildschwälche verschwunden. Genau aus dem Grund, weil sie nicht strategisch gedacht erkannt haben, frühzeitig erkannt haben, dass nach links sich zu bewegen ein Fehler ist. Und das muss doch irgendjemand mal in dieser CDU, dieser Union auffallen, dass dieses ewig nach links schielen, dass das ein Ende haben muss. Sie muss, wenn mal behauptet wird, denn da wäre ein Rechtsruck, die CDU mit einem Rechtsruck würde sich wieder in die Mitte bewegen. Und diesen Rechtsruck wünsche ich mir meiner eigenen Partei, dass sie tatsächlich dann auch wieder anschlussfähig ist nach rechts. Ich setze trotzdem nochmal nach, im Sinne von Jens aus Bayern. Ich hoffe, ich sehe das richtig. Die Frage, ein bisschen ging die Antwort, glaube ich, an dem vorbei, was da intendiert war. Und ein bisschen meine ich, in dem, was Sie vorher sagten, schon erkannt zu haben, dass da ein bisschen Zustimmung zu dieser Korruptionsthese ja doch drin ist. Und da sprechen wir von Fleischstöpfen. Ich denke, die jüngste Greichen-Situation hat gezeigt, wo Korruption ist. Ich denke, im EU-Parlament sehen wir, welches Ausmaß an Korruption mit den Kaiserverträgen dort herrscht. Also dass es eine massive Verfilzung im deutschen Parteiensystem gibt, mit Verflechtungen bis hin zur Bundesverbraucherzentrale, was Amtsbesetzung da angeht. Im BGB ist es, glaube ich, gerade eine SPD-Generalsekretärin. Also dass die Parteien über das Einfallstor des Grundgesetzes, das ihnen ja nur eine Mitwirkung bei der Willensbildung zuspricht, letztlich den gesamten Apparat unter sich verteilen, das bestreiten Sie nicht, oder? Nein, das bestreite ich nicht. Ich habe aber auch gesagt und deswegen, ich gebe zu, ich habe so ein bisschen drum herum geredet, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte vermeiden das Wort korrupt. Ich weiß nicht, natürlich, was gemeint ist, weil es so diskreditierend ist und weil es vor allem die vielen Parlamentarier, das sind es ja nicht alle. Wir müssen uns eigentlich hüten davor, das tun wir, wir ärgern uns ja auch immer darüber, wenn wir von der vermeintlich linken Seite pauschalisiert als rechtsextrem, rechtsradikal oder Nazis bezeichnen werden. Ja gut, okay, aber ich finde es trotzdem nicht in Ordnung und deswegen möchte ich es umgekehrt auch nicht tun. Nein, aber ich will dem Herrn natürlich selbstverständlich antworten. Also wie gesagt, ich antworte erst mal auf 2024. Nein, 2024 ist hier nicht gegeben. Das ist, ich weiß, was Sie meinen, aber 2024 ist nicht gegeben. Wir haben ein solches System nicht, wie wir es in der DDR hatten oder während der Zeit der NSDAP. Punkt. Das andere Frage der Korruption, das können wir nur, und da kommen wir wieder dazu mit dem, mit dem Dugmäusertum, was wir auf der linken, äh, auf der konservativ-liberalen Seite haben. Wir sagen nichts, wir tun nichts und wir nutzen die Möglichkeiten nicht innerhalb der Union. Das war ja immer mal die Manifeste, die parlamentarische Repräsentation des bürgerlich-konservativen. Dort haben wir nichts gemacht. Wir halten den Mund und ich habe das ja bei delegierten Veranstaltungen gesehen, da wird nichts gesagt. Wer sich noch erinnern mag, der eine junge Mann, der ein wirklicher Held war, der aufgestanden ist und Frau Merkel seinerzeit noch Bundeskanzlerin gesagt hat, treten Sie zurück. Ein aufgemeintes Aufmurren und Schreien, niedergebrüllt, weil es darum ging, was passiert denn, wenn Sie zurückgetreten werden? Sie hätten die Macht verloren. Und das ist das Einzige, was man dem vorwerfen kann. Welche Partei ist wirklich bereit? Ich weiß, das klingt naiv. Wenn ich mich selbst reden höre, weiß ich das, aber es ist so. Wer ist denn bereit zu sagen, ich trete aus einer Regierung aus? Ich trete in einer solchen Art und Weise nicht an, wohl wissend, dass ich nicht gewinnen kann. Man könnte jetzt sagen, Gerhard Schröder, der ist mit der Agenda 2010 so gemacht. Da hat es aber, ja, das ist richtig, hat er einen Preis bezahlt. Ob er sich wirklich in dem, wirklich so bewusst war, dass er das verliert, das hätte man strategisch so einschätzen können, das hätte er nicht wissen können. Aber Sie haben recht, so ist es aber gewesen. Jens, ich will jetzt ein kleines bisschen, es ist ja mein Job, hier zu vermitteln und nicht gegen den Gast zu sein. Ich will ein kleines bisschen im Sinne vielleicht, ein bisschen kommt ja ein Zugeständnis von Korruption dadurch, auch wenn das Wort vielleicht nicht das richtige ist. Sie sagen ganz... Verfilzung. Verfilzung, sagt er jetzt. Jetzt haben wir ihn runtergehalten. Das ist wie auf dem Deppi-Markt oder so. Sie sagen 20.4 ganz klar nicht. Gut. Glauben Sie denn, wenn ich die Frage nachschieben darf, dass wir noch einen funktionierenden Rechtsstaat in Deutschland haben? Ja, ganz offen gesagt. Also ich danke... Entschuldigung, das ging gar nicht an Sie, das ging tatsächlich an den Gast im Studio, weil ich jetzt annahm... Entschuldigung. Aber wir machen es in der Reihenfolge, wenn Sie wollen, dann sind Sie zuerst dran und wir fragen danach bei Herrn Schönbach nach. Ja, vielen Dank, Herr Brandenburg. Also ich denke, um die erste Frage zu beantworten, ob wir noch einen funktionierenden Rechtsstaat haben, ganz klar sagen, nein. Es mag sein, dass es Tendenzen gibt, auch in der Beamtenschaft, diesen noch zu erhalten. Aber die werden eben von oben durchregiert und haben nicht mehr den Einfluss, den sie haben sollten. Ich danke Herrn Schönbach auf jeden Fall für seine Antwort. Aber ich muss auch ein bisschen an die Realität appellieren. Wir sind im Moment in einer Phase, in der die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr durchgesetzt wird. Warum auch immer, ja. Wir können jetzt über Tatsachen reden von der WHO, von Bill Gates und so weiter und so fort, die ihre Interessen hier durchsetzen. Das möchte ich aber nicht. Ich appelliere an die Amtsträger, an diejenigen, die im Verfassungsteil geschworen haben, wie ein Herr Maaßen und auch sein Nachfolger, dieses dann auch wirklich zu tun. Und da bin ich ganz auf der Seite von Ihnen in Brandenburg. Sie tun es nicht mehr. Und das ist ein Thema, was ich eben hier nicht beantwortet sehe. Aber trotzdem bedanke ich mich vielmals dafür, dass ich gehört wurde und sehr herzlich für Ihre Antwort. Dafür nicht. Ich danke für den Anruf und bin gespannt, wie Herr Schönbach jetzt darauf reagiert. Also 24, klar nein, von einem funktionierender Rechtsstaat, ja oder nein? Also jetzt habe ich insofern Glück gehabt, dass er noch so lange gesprochen hat und das gut lange gesprochen hat, um mir eine Antwort zurechtzulegen. Aber ich komme natürlich nicht umhin. Und das sage ich natürlich nicht deswegen, weil ich ja nur im einstweiligen Ruhestand bin und natürlich auch nur eine gewisse Wohlverhaltenspflicht habe. Das ließe ja nun den Schluss zu, dass ich das anders sehen würde. Ich sage, wenn es so heißt, haben wir noch einen funktionierenden Rechtsstaat, dann sage ich ja mit Einschränkungen. Denn in der Tat gebe ich zu, dass ich mich in den letzten Jahren natürlich vor allem, wir würden es mir vorwerfen, wirklich tief rein in dieses ganze Thema, was Militär eben ist. Und dort sage ich das selbstverständlich. Ich würde für jeden Soldaten jetzt einfach mal pauschal die Hand ins Feuer legen. Aber manche Dinge, die ich jetzt in den letzten Jahren auch durch den Kontakt mit Ihnen, aber jetzt auch tatsächlich mal ein ganz anderes, sagen wir mal Klientel kennengelernt habe und höre, was dort geschieht. Und auch jetzt natürlich ganz anders. Markus Krall. Ja, und eben auch andere Dinge. Da denke ich mir manchmal, das will ich nicht wahrhaben. Das will ich nicht glauben. Insofern muss ich sagen, wir müssen wirklich als Bürger, kommen wir wieder dazu, und übrigens nicht nur Rechte, sondern auch Linke, auch Sozialdemokraten und Liberale müssen sich klar fragen, ist das, was wir hier erleben im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen, die, und da frage ich mich, das wurde ja immer wieder gesagt, das war ja gut gemeint, aber schlecht ausgeführt ist die Frage, ob das nicht nur gut gemeint war, sondern bewusst so gewollt war. Meine Frage ist, ist die Rechtsstaatlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes noch in vollem Umfang gegeben, wenn Dinge passieren, die für jedem Gespür, ohne dass ich Jurist bin, nicht mehr in Einklang zu bringen sind. Und da muss ich sagen, ich glaube immer noch daran, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben, aber es gibt gefährliche Tendenzen, es gibt gefährliche, vielleicht sind es nicht nur Einzelfälle, die uns alle wach werden lassen müssen. Übrigens, weil es heute schon ein paar Mal gesagt wurde, Vogue, ich war die ganze Zeit wach. Offensichtlich haben, offensichtlich auf der vermeintlich linken autoritären Seite sind die Leute, die ewig lange geschlafen haben, plötzlich wach geworden. Ich brauche von niemandem erweckt zu werden. Tja, Jens, ich glaube, weiter werden wir ihn jetzt nicht bekommen mit seinem Bekenntnis dazu. Und er hat es ja selber auch nochmal angedeutet, er ist und bleibt ein Admiral und als solcher natürlich gesetzlichen Verpflichtung. Ich erinnere da auch an H.G. Maaßen und seine vorsichtige Wortwahl. Und trotz einer sehr abgewogenen Wortwahl Herrn Maaßens findet der sich ja momentan in einer Kampagne wieder, die, was meiner Sicht, nachdem was jetzt schon offen ist, gegen alle Prinzipien des Rechtsstaates verstößt. Insofern müssen wir uns vielleicht darauf einigen, dass diese diplomatische Ausdrucksweise Ihnen jetzt mal, lassen wir Ihnen damit vom Haken, wenn Sie zustimmen, Jens. Ich stimme auf jeden Fall zu, da ich mit Juristen jeden Tag zu tun habe. Und bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich finde Ihre Arbeit toll, Herr Brandenburg. Und Herr Schönbach, ich habe Sie bisher nicht gekannt, aber auch Ihre Aktivität weiß ich sehr zu schätzen. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Abend. So viel Harmonie, das ist ja ein Zeichenschluss zu machen. Es ist 21.30 Uhr, damit ist uns die Zeit auch weggerannt. Ich danke Ihnen sehr herzlich und habe mir tatsächlich aufgeschrieben, ziviler Ungehorsam ist das Prinzip der Demokratie. Das haben Sie gesagt. Und das ist tatsächlich mal ein interessanter Aufruf, wenn ich das andere, was Sie zugestanden haben, an Filz nannten wir es dann und anderen Unregelmäßigkeiten sehen. Es ist eben eine sehr bürgerliche Formulierung, was die Missstände angeht. Aber ein bisschen Zurückhaltung muss da eben auch sein. Das denke ich kann mal nachvollziehen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die offenen Worte und die direkten Worte. Bin sehr gespannt, wie das bei Ihnen weitergeht, sowohl persönlich als auch mit der Werteunion. Und ich denke, das werden wir hier redaktionell zumindest begleiten. Danke für diesen Abend. Danke Ihnen. Danke an Sie da draußen fürs Zuhören, fürs Zusehen. Danke natürlich auch an Hitzegrad, Ihr BAF-Experte im Netz unter zoobedarf-hitzegrad.de als Sponsor dieser Sendung. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und wünsche bis dahin einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.